Der beste Podcast meines Lebens ab jetzt auch auf Spotify und iTunes, Apple Podcasts. Finally. Schönen guten Tag, ihr wundervollen Menschen. Mein Name ist KWLSRVS, Kusowasch, der King of Rap. Und ihr hört Teddy und Tucker, der beste Podcast meines Lebens. Ist wirklich so, Alter. Der beste Podcast meines Lebens. Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Terry. Mein Name ist Tucker. Und das ist der beste Podcast meines Lebens. Der beste Podcast meines Lebens. Yeah, yeah, yeah. Wir befinden uns in der 52. Folge des Podcasts und quatschen heute unter anderem über Shirin Davids Super Size. Das ganze 25 Singles haben wir heute im Programm. Unter anderem auch die Bushido und Animus Single Ronin. Deswegen, es wird heiß diskutiert nach der etwas kleineren Pause, die wir da hinter uns hatten. Tucker, was geht ab? Alles gut bei dir? Ja, 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 ja. Bei mir alles klar. Ein bisschen schleppend gestern auf Hochzeit gewesen. Ein bisschen wieder Alkohol-Intus gehabt, aber sonst bin ich am Start. Alter, so nach einer langen Pause geht schon klar. Man freut sich wieder über Hip-Hop zu sprechen. Was geht bei dir, Teddy? Alles gut bei dir? Richtig gut. Erholt habe ich mich. Ihr habt es ja mitbekommen, ich war im Urlaub. Deswegen hatten wir jetzt hier in dieser Folge so ein bisschen sonderbar das Ganze gestaltet. Aber es bleibt nichts auf dem Tisch. Deswegen holen wir erst einmal die Kalenderwochen nach, in dem unter anderem die Bushido und Animus Single rauskamen. Und in Folge dessen gibt es in ein paar Tagen schon die nächste Folge, wo es dann zur aktuellen Folge oder zur aktuellen Woche geht. Oder an die aktuelle Folge. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mein Urlaub sehr, sehr ungünstig getimt war. Gerade auch, wenn man sich das Wochenprogramm jetzt für diese Woche anschaut und den einen Comeback in der Mitte hatte. Ja, Mann. Da hat es einen schon in den Fingern gejuckt in der Pause. Ist so. Und dachte, man müsste eigentlich sofort darüber talken, talken, talken. Ja, Mann. Deswegen würde ich mal sagen, ich handel hier nochmal ganz schnell dieses Standard-Intro-Talk hier ab und sage, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wir sind auch auf Apple Podcasts und Spotify. Uns gerne dort folgen und insbesondere auf Apple Podcasts uns eine nette Rezension da lassen. Vielleicht auch mit diesen fünf Sternen, damit wir da podcasttechnisch abisle hochgesteppt werden in Sachen Charts. Und alles andere wisst ihr ja auch, auf YouTube abonnieren, Kommentar hinterlassen und vergesst den Daumen auch in dieser Episode nicht. Und ich würde sagen, da wir so viel auf dem Zettel haben, würde ich einfach mal sagen, wir starten einfach mit dem Programm. Oder was sagst du, Taka? Ja, Mann. Lass mal starten, ne? Ne, dann starten wir wie immer mit dem Newsblock. Dieser hier ist in dieser Woche etwas mager gehalten. Beziehungsweise würde ich einfach mal die Album-Charts hier durchgehen, damit wir das hier auch noch abgeklappert haben. Aber in Sachen Single-Charts macht es da jetzt nicht wirklich Sinn, nochmal da zurückzugehen. Deswegen bleiben wir erstmal bei den Album-Charts. Und in der Kalenderwoche Nummer 39 sind folgende Alben wie folgt gechartet. Arka aus der Kontrolle mit seiner XY-Truppe sind mit ihrem XY-Sampler auf Platz 63 gechartet. Die BHZ-Truppe mit 3062 auf Platz 57. Loredana mit ihrem King-Lory-Album auf Platz 16. Das scheint mir irgendwie falsch gerade, aber das check ich gleich nochmal. Und Olex Sesh mit seinem Augenhusky auf Platz 5. Und Trettmann und Kitschkrieg mit dem Boxerschnitt-Album auf Platz Nummer 2. Taka, was sticht dir da ins Auge? Ich denke mal, es war Loredana, aber das war eine Falschinformation, die ich gleich korrigiere. Aber was sagst du, was sticht dir da ins Auge? Ja, eigentlich stecht mir vieles ins Auge, weil wenn wir was schon anfangen mit Arka aus der Kontrolle, mit XY-Sampler, dann ist das für mich schwach geschartet mit 63. Man hätte die, also anscheinend Aka aus der Kontrolle, wenn er alleine seine Promophase fährt, sieht man den auf jeden Fall weit vorne. Also hat er sozusagen seine Truppe ein bisschen schwach gepusht, würde ich mal sagen. Also ich finde für so einen Sampler 63, Alter, ein bisschen schwach. Oder was sagen Sie? Ja, ich hatte ja auch überhaupt nicht gecheckt, was das für ein Release war in der Woche, als es rauskam. Deswegen kann man auf jeden Fall promotechnisch sagen, dass da gegebenenfalls nicht die richtige Arbeit gemacht wurde. Aber ja, wenn man die Musik hört, es klingt jetzt auch nicht unbedingt nach einem Projekt, was größer charten würde. Und auch alle Rapper neben Arka aus der Kontrolle haben jetzt nicht so den Mega-Hype. Deswegen, ich weiß nicht. Vielleicht ist das genau so, wie ich es auch erwartet hätte mit so einem Projekt. Aber wenn du so sagst, ja, mit Aka, weil der ist ja charttechnisch immer ein bisschen erfolgreicher, wäre da bestimmt mehr drin gewesen als eine 63 mit dem Sampler. So denke ich auf jeden Fall. Ja, dann Augenhusky. Das ist schon trotzdem, trotz des, hier diese Resonanz von uns da, wo wir dachten so, boah, was für Singles da rauskommen von ihm und sowas. Eine 5 ist, glaube ich, dann trotzdem noch angemessen für sein, also für das Album, würde ich mal sagen. Ich finde das vielleicht auch sogar gut. Ja, das ist, ja doch, jetzt wo du es sagst, ja, ist eigentlich voll der Erfolg. Weil ich wollte jetzt, warte, ich gucke einfach mal gleich, wie Olexech mit dem letzten Projekt gechartet ist. Ich will aber jetzt mal einmal den Fehler nochmal nachkorrigieren. Trettmann ist auf Platz 2 gelandet und Loredana auf Platz 3, sowas. Richtig. So, jetzt haben wir es auch richtig. Und was wollte ich gerade nochmal nachgucken, wie Olexech sonst gechartet ist. Genau, letztens gechartet ist. Aber mit dem Album hätte ich da, aber guck mal, das Album ist so kommerziell angelehnt, vielleicht hätte der sich da auch ein Top-3-Album mitgewünscht. Ja, aber da hast du recht, weil wenn man überlegt, Alter, Trettmann, herzlichen Glückwunsch an 2, obwohl Olexech so richtige Shisha-Mucke gemacht hat, auf 5. Würde ich mal auf jeden Fall sagen, Respekt an Trettmann, Alter. Auf jeden Fall, weil ich habe das Rennen da auch um die 1 eher bei Loredana und so gesehen. Aber dann war ja irgendwie in den Tagen davor schon das Gespräch so nach dem Motto, hört das Trettmann-Album rauf runter, damit da Andreas Gabayer oder welcher Schlagersänger da auf 1 war, auf 1 kommt. Da dachte ich auch schon, krass, dass Trettmann da auf jeden Fall der Top-Reiter war. Weil ich hätte jetzt gedacht, einfach wegen den Klicks und wegen der Zielgruppe von Loredana, dass die da auf jeden Fall die meisten Boxen wegkriegen und so. Ja, ist komisch, wa? Krass, ja. Trettmann hat da einfach Olexech und Loredana weggekickt und hat da, muss man auch einfach sagen, vergleichsweise auch einfach die bessere Musik gemacht, meiner Meinung nach. Ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall auch. Aber ansonsten jetzt BAZ mit 57 ist eigentlich auch chillig, weil ich hatte die jetzt nicht so großartig auf dem Team. Ich kann mir da vorstellen, dass die da zufrieden sind. Und jetzt hatte ich hier noch die Platzierung von Olexech, der ist mit Authentic Athletic letztes Jahr auf Platz 2 gegangen und mit Rolexech auf Platz 1 gewesen. Und sein Boxalbum radioaktiv ist auch gechartet auf Platz 28. Wow, läuft. Ja, für so ein Boxalbum ist das auf jeden Fall was Stabiles. Aber man muss da sagen, ich weiß nicht, ob da Olexech nicht vielleicht mit einem Street-Rap-Album besser weggekommen wäre. Einfach, weil die Songs halt entsprechend drauf und runter gehört werden. Weil ich kann mir vorstellen, das sind zwar Playlisten-Songs, die überall gelistet sind, aber es macht sich keiner da irgendwie Neun Millimeter von Olexech so an. Oder Das sind sich so Songs, die ich mir anmachen würde von dem, Marion. Ja, ja. Was soll's, was soll's. Hast du noch was zu den Charts oder sollen wir schon switchen? Naja, wir könnten eigentlich schon switchen. Hey, und das war's dann auch schon mit dem News-Blog für diese Woche. Wir haben uns reichlich News für die nächste Folge aufgeschrieben, die wir auch gerade jetzt oder gleich im Anschluss auf diese Aufnahme auch direkt aufnehmen werden. Deswegen keine Sorge, es bleibt newstechnisch nix, technisch nix auf dem Tisch. Aber hier fokussieren wir uns eher auf diese Fragenbesonderheit, die ich ja in der letzten Sonderausgabe thematisiert habe. Deswegen lasst uns doch einfach mal hier mit den Singles starten und erstmals hier auch eine Neuigkeit mit in den Podcast einpflegen, denn wir haben ja auch im Austausch mit euch geklärt, was euch an dem Podcast so, was ihr mehr haben wollt, was ihr weniger haben wollt. Also so ein bisschen Feedback haben wir von euch erfragt und darüber auch erfahren, dass ihr zum großen Teil auch viele Singles gar nicht in der vollen Fülle besprochen haben wollt. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, jetzt hier so einen Fast-Break-Modus hier einzuführen beim Single-Blog, so dass wir auf jeden Fall auch jedes Single Minimum so ein bisschen besprechen, aber halt auch im Schnelldurchlauf und wir uns dann entsprechend auf die Singles, die gefragt sind, am meisten fokussieren. Also haben wir jetzt hier einen Fast-Break, wo wir hier im Schnelldurchlauf so um die zehn Singles besprechen und dann final dazu noch zehn weitere, wie gewohnt, auch in allen anderen Folgen besprechen werden. Lass mal mit dieser Fast-Break starten, oder nicht? Ja, Mann. Beto featuring K.A. mit High sein. Gut oder nicht? So müssen wir starten. High sein, ich fand die Single okay. Ja, ich fand die auch okay. Also das war jetzt nicht so schlimm wie das letzte, was die da hatten mit, weil ich glaube, die sind da auch auf Platz 1 jetzt auf der Lech-List, aber es war auf jeden Fall jetzt nicht so großartig nervig. Anders war es bei mir mit Fusi und Nachts um vier. Wie sieht es bei dir aus? Also das würde ich Lech geben. Fusi, Nachts um vier, da muss ich einmal spickeln, kurz aber nur, nur um einmal zu wissen. Ja, es ist mir einfach zu viel Xylophon. Alles schon gehört, deswegen würde ich da einmal Lech sagen. Ich sage Lech. Skinny Fiesta, Finsta, Finsta wollte ich schon sagen. Finsta war mir vorher noch nicht mein Begriff. Ist das ein Rapper, den du jetzt auf dem Schirm hast? Nein, ich sage Track Lech. Und ich habe den nicht auf dem Schirm gehabt. Nein, ich verstehe den Beat auch nicht. Der war ein bisschen Hip-Hop-EJ-mäßig. Es tut mir leid, es geht nicht Finsta, aber von mir ist das ein Lech. Weiter geht es mit F-Y-Y-Z oder Fizz. War mir auch vorher kein Begriff mit seinem Song Diego. Was sagst du? Diego. Da muss ich auch einmal kurz, was? Ja, ist doch eine Spicker-Episode, was? Lech, Lech. Ja, man muss aber auch dazu sagen, im Allgemeinen war das eine Playlist in dieser Woche, wo ich sehr, sehr viel durchgeskippt habe und sehr, sehr viel durch mein Ohr durchgerauscht ist. So wie es auch bei Fizz war. Das war einfach nur ein Fizz in mein Ohr und durch war es. Diego kriegt von mir ein Lech. Dosis mit Katakomben. Featuring Haftbefehl ist so eine Nummer, die würde ich okay bewerten, weil da einfach Haftbefehl gut auf den Beat rüberkommt. Street Rap ist halt gute Abwechslung in so einer Playlist, wo sehr, sehr viel Pop-Kram drin ist. Deswegen würde ich da mit einem Okay auf jeden Fall zufrieden rausgehen. Was sagst du? Ja, bei mir ist es auch okay, aber halt nur so ein Taktpatzer wie der von Haftbefehl. Ja, der hat diese Flow-Aus jetzt einmal, aber die sind ja gefühlt bewusst so, aber ich check das nicht ganz. Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem, Track fand ich okay. War okay, war okay. Wie sieht es denn bei dir aus mit Hemso und Ich bin verrückt? War der Song dir zu verrückt? Ja, der war echt verrückt. Der war echt verrückt. Der ist einer von Supremus. Ja. Und keine Ahnung. Ich fand, der war jetzt, weiß nicht, schwer okay zu sagen, aber ich glaube sogar, der war Lech-Tendenz okay. Ja, genau so würde ich es auch sagen, einfach weil ich das niemals nach dem ersten Hören nochmal hören wollen würde, aber es ist jetzt so für das, was der Track macht, jetzt nicht unterirdisch. Es ist halt sehr anstrengend und mir nicht so zusprechen, deswegen Lech-Tendenz okay. Noir featuring Jigsaw mit Bad Boy. Ich weiß nicht. Ich fand, irgendwie hatte was das Lied. Echt? Ich fand, irgendwie dieser Chorus, der Chorus fand ich irgendwie nice so. Ja, dieses Desperados-mäßige mit der Gitarre, ne? Ja, ich sage okay. Eißerlich. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ich bin ein Bad Boy. Hat aber auch viel wahrscheinlich auch damit zu tun, was da aktuell bei Alpha Music Empire ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das sind wirklich Bad Boys. Nightspaß. Aber das war ein Song, der holt mich nicht ab. Der holt mich nicht ab. Lech. Weiter geht's mit A0 und Undercover mit Night-Paket. Da müsste ich spicken, um ehrlich zu sein. Ihr wisst, ich war im Urlaub und es sind zwei Wochen vergangen seitdem. Also nicht zwei ganze, aber die Zeit. Ist okay, ich sage okay. Okay. Also Fastbreak, da sage ich okay. Ich sage auch okay. Der Beat war nicht schlecht, ne? Achso. Was sagst du? Der war nicht schlecht? Ja, der Beat war nicht schlecht und die sind halt solid durchgegangen. Ich würde sagen, ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Busy Montana ist zurück oder war der überhaupt weg? Busy Montana? Wie bitte? War Busy Montana weg? Also ich habe den Gefühl gar nicht mehr auf dem Radar gehabt. Ja, also ich hatte den auch nicht mehr auf dem Radar. Ich denke mal, der ist jetzt sozusagen wieder zurück, wenn wir etwas Falsches sagen sollten. Nicht Falsches sagen sollten. Aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt mit der ersten Single wieder zurück ist. Aber ich finde auch, dass das kein guter Start ist. Also ich weiß jetzt nicht, warum ein Busy Montana mit einem Afro-Trap-Drumline-Song zurückkommt. Also das war jetzt so ein Song, wo ich mir dachte, nee, Busy Montana, so brauche ich dich nicht. Da gibt es aktuelle Künstler, die den Sound besser fahren halt. Und da hätte ich mir lieber so etwas Mukhauster-Unterschicht-Mäßiges gewünscht. Also bei mir auf jeden Fall Lech. Ja, bei mir auch Lech. Es tut mir leid, Busy. Ich bin busy. Lil Shrimp mit Star in meiner Hood. Boah, ich fand auch Lech. Ja, also Lil Shrimp bei mir ist der Witz vorbei. Und ich glaube, da müsste so einen konzeptuell lustigen Storyteller machen, um mich da wieder abzuholen. Weil allgemein einfach das Paket so für sich. Und ich mache einen Track und Flex mit meinem Gucci und so. Das ist halt langweilig. Ich muss da auch Lech sagen, tut mir leid. Aber Gringo, ist das jetzt sein Onkel oder was? Ja, hat er ja mal in einem Interview gesagt, dass Gringo sein Onkel ist. Okay. Läuft, wa? Gute Onkel, gute Promo, gute Kontakte in die Szene. Da hat man auf jeden Fall Vitamin-B-Start des Grauens. Aber mal gucken, ob sich das auch ausgezahlt macht, wenn es mal zu einem Album kommt. Weil Spotify und Click Game-Technisch ist das natürlich auch alles gut. Aber sobald man dann ein Produkt auf den Markt wirft, sieht es vielleicht wieder anders aus. Weil glaubst du, es würden Leute eine Lille-Schwimpbox kaufen? Boah, Alter, Kiddies vielleicht klingen das ja unter dem Weihnachtsbaum oder so, wenn die, wenn er noch davor wohl liest. Aber keine Ahnung, ansonsten nicht so. Ja, stimmt. Weil ich frage mich auch allgemein, wer hört das denn? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele in seinem Alter den auch unsympathisch finden, weil er halt so angibt. Und denen das so vormacht, so nach dem Motto, guck mal, ich flexe und so. Weil dann hören die doch lieber einen Rapper, der das halt ernstzunehmend macht, als ihn jetzt. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ey. Machen wir erst mal weiter mit Marlo und Nike. Nike, ich glaube, der gefühlt 800. Song über die Marke. Ist das einer dieser Songs, der da raussticht? Oder würdest du da lächeln oder okay nur sagen? Ja, ich würde okay geben. Ich würde okay geben. Der war okay. Beat war jetzt nicht so schlecht. Wie er darüber geflexert, ging auch klar. Ich gebe okay. Ich gebe auch okay. Ja, Marlo ist okay. War okay, war okay. Machen wir noch zu guter Letzt hier Finity featuring Sierra Kid mit Loki. Haben wir wieder so ein bisschen Cloudic Rap mit einem atmosphärischen Beat. Und Sierra Kid ist ja eh immer mein Bier. Aber Finity war mir vorher kein Begriff. Aber mit dem Song jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Sondern einfach eine Kooperation, die ich glaube, ich mit einem okay Tendenz so fresh bewerten würde. Ja, ich würde auf jeden Fall nur so ein okay geben. War jetzt okay-Track. Ich schwicke die Welt wie Loki. Wie Avengers oder was hier. Ja, Mann. Du musst dir die Welt lieber wie Thanos hochnehmen, Alter. Halbieren so. Nee, nee, nee. Ja, das war es mit dieser Fast-Track für diese Ausgabe. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Haupt-Singles für diese Woche. Und machen da den Start mit Shirin David featuring Xavier Naidoo. Und nur mit dir nicht. Weil wir das Ganze im Album-Blog nochmal besprechen können. Weil Shirin Davids Super Size ja in dieser Woche rausgekommen ist. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen direkt weiter zu Gebrüder King und Kerosin. Die erste Single, die über den Alpha Music Empire Channel released wurde. Dann aber auch schon zeitnah wieder rausgenommen wurde. Aber zu diesen ganzen Thematiken, würde ich sagen, sprechen wir in der nächsten Episode. Episode 53 erstmal bleiben wir hier bei dem Song Kerosin. Wie findest du das? Ist das ein Paket, wo du sagst, okay, das wären die Künstler, die ersten Künstler bei Alpha Music Empire, die wirklich was reißen könnten? Oder was sagst du zu dem Song? Ich weiß nicht, ich hab so ein komisches Gefühl auf jeden Fall. Also Rap-Technik halt, sind das ja so Punchline-Künstler sozusagen. Man hat das so richtig gemerkt, so wegen auch, wegen Battle-Rap halt, ne? Und man merkt dann halt diese Metapher, so und diese Vergleiche und alles und so. Punchlines und so. Kriegt man auch selten mit, sowas, ne? Heutzutage, wenn du die ganze Zeit nur Lelele-Lalala hörst. So, aber ich weiß nicht, Alter. Ich fand das irgendwie langweilig rübergebracht. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich fand auch den Beat-Zuträge, ich fand die Hook auch jetzt nicht so spannend. Und die Parts waren auch nicht so ballend. Und das ist halt auch dieses Problem, glaube ich, was wir bei dem Album von denen auch schon hatten. Weil wir hatten ja mal vor einigen Monaten, glaube ich, das Album von denen drin. Und der Track hätte jetzt auch einfach wieder ein Song sein können von dem Track. Also ich setze nicht so unbedingt, dass man da merkt, okay, die haben jetzt die Aufmerksamkeit und versuchen da musikalisch alles rauszuholen. Sondern es war einfach nur so maximal ein solider Battle-Track, der mir aber auch nicht so zusagt. Weil die Punchlines waren jetzt nicht so herausreißend, dass ich jetzt hier 12 raushauen kann oder so. Es war einfach ein Track so. Ja, das fand ich auch. Und ich glaube, man könnte bei dem Track, also von meiner Meinung nach könnte ich jetzt bei dem Track nur maximal okay geben. Ja, ich auch. Und das, also ich würde vielleicht sogar eine Tendenz zu Lesch aussprechen. Einfach, weil du da noch den Zusatz hast, dass das die erste Single war nach dem ganzen Battle-Debakel und so. Und du halt entsprechend viele Augen drauf hast. Und die das Ganze auch noch im Video so verarbeiten, so nach dem Motto 304 Mighty und so. Also ich konnte da schon nicht mehr lachen, das war ein bisschen cringy. Das war gar nicht witzig. Ich fand das voll fremdschämend. Warum macht ihr das noch? Die haben das so schlecht rübergebracht. Aber richtig unlustig. Ja, 3-0 Mighty, so weißt du. Deswegen, Gesamtpaket eigentlich so Lesch, aber es ist halt musikalisch nicht unterhältig. Deswegen würde ich da okay Tendenz zu Lesch sagen. Ja, ich gebe auch auf jeden Fall okay. Und diese eine Szene, da wo Alias da anruft, fand ich auch ein bisschen komisch. Ist so, das hätte nicht sein müssen. Das war es reichen heutzutage so. Vor allem, der kommt auch viel zu spät, der Witz. Das hätten die machen können, wenn das so zwei Wochen nach dem Battle war oder so. Aber muss man nicht nochmal aufhören, ja. Maximal okay. Maximal okay. Ich sage noch Tendenz zu Lesch. Und wir gehen weiter zu Sinan-G mit Egal. Ist dir das neue Sinan-G-Album egal oder wärst du mit dieser Single jetzt interessiert daran? Weil die erste Single, glaube ich, fandest du überraschenderweise fresh von Sinan. Ja. Und da war ich ja raus komplett. Deswegen, wie findest du die Single jetzt? Also die Single fand ich in der Woche eigentlich auch nicht schlecht. Ich finde sowieso, Sinan-G hat sich auf jeden Fall schon gemacht. Und ich würde jetzt da jetzt nicht... Also er hat da eigentlich flowtechnisch auch eigentlich gut so ein paar Passagen da, wo er halt... Das war nicht schlecht, ey. Und ich fand jetzt die Single an sich auch jetzt nicht schlecht. Ich weiß nicht. Also man kann... Also ich bin gerade am Rätsel... Also gerade mit okay und fresh gerade so. Am Wackeln. Aber ich glaube, ich gebe... Wenn ich die letzte Single schon fresh gebe, dann werde ich die Single auch fresh geben, weil ich finde die sogar besser. Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Ich finde die jetzt besser als die letzte. Aber es ist halt immer noch so, ja, musikalisch nicht ganz meins, aber ist ja auch klar. Weil grundsätzlich sage ich ja immer, bei Sinan-G so stimmlich und so ist das nicht ganz meins. Aber der hat sich über die Jahre halt wirklich gemacht, ne? Aber der Track ist jetzt... Ich würde da jetzt okay sagen. Weil ich fand jetzt die Hooker auch nicht so... Die ist jetzt in mir nicht so hängen geblieben. Warte mal. Ich muss diesen. Oder? Ne, das war doch... Alles gut. Aber es war halt so eine Sing-Sang-Hook und ich weiß nicht, sehe Sinan-G nicht so in diesem Sing-Sang. Es sei denn, es ist so humorvoll gemacht wie auf Rendezvous, weil den Song habe ich nach wie vor gefeiert. Und keine Ahnung, ich will den Bademeister Sinan-G, der ein bisschen mehr Humor reinbringt. Ja, weil ich fand nach wie vor Bademeister Sinan-G's bester Track oder mein Lieblingssong von Sinan-G. Aber egal, kriegt von mir erst einmal ein Okay. Gehen wir mal weiter zu Seed mit Geld. Meinst du, die schaufeln nochmal richtig viel Geld mit dem Projekt oder ist die Zeit vorbei für dieses Seed-mäßige? Ja, ich hoffe es, dass die dann mit dem Singles oder mit dem Projekt Geld wieder scheffeln. Weil sozusagen sind die ja auch in Deutschland so eine Legende, seit dieses Dick ist. Oh, hübsches Ding. Ja, genau. Die haben schon Geschichte geschrieben. Und die haben deutschen, R'n'B wollte ich schon sagen, deutschen Reggae auch vernünftig gemacht. Nicht so Culture Candela-mäßig. Deswegen könnte man da vielleicht sogar überlegen, vielleicht hat dieses Palmhaus-Plastik-mäßige die jetzt noch interessanter gemacht wie die Allgemeinheit. Kann auch sein, ja. Und für mich, also die Single war jetzt für mich so ein Okay. Und klar, die kommen jetzt wieder sozusagen wie mit ihrem Style auch wieder so zurück. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht so ein Hit wie, was sie so hinterlassen haben von den ganzen Tracks, finde ich. Also das ist so ein-, zweimal gehört und bei mir dann schon weg. Okay. Also ich gebe den Track, okay. Okay. Was gibst du oder was sagst du? Ich glaube, ich gebe Fresh, weil das einfach so vor allem in der Woche so ein Rausheißer war, den ich mir gerne angehört habe. Und das ist auch ein Song so, wenn der läuft, lasse ich den an, feiere ich. Ja, ist gut, gute Laune, guter Beat, gut produziert. Ich glaube, textlich war ich noch nicht so drin, um da was zu sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen Sozialkritik mit drin ist und so, weil die da auch im Video so alle dick gemacht sind und Geld halt so auf lustig, dies, das und ein bisschen auch mit Kritik. Deswegen, vielleicht gibt es da noch mehr rauszuholen aus der Nummer. Ich würde aber auch jetzt schon einen Fresh aussprechen bei der Nummer. Alles klar. Und vielleicht jetzt, wo Seed wieder da ist, wer weiß, vielleicht kommen die ersten Peter-Fox-Features wieder in Deutschrap rein. Oder was heißt wieder, überhaupt in Deutschrap rein. Mir fällt nur ein Feature mit Peter-Fox ein und das war auf dem Sido-Album Ich, dieses Rodeo. In it down, der Rodeo. Sonst habe ich, glaube ich, Peter-Fox noch auf keinen Deutschrap-Release gehört. Ist wirklich so, stimmt. Und Shindy wird mit ihm ein Feature machen, wer weiß, vielleicht kommt es noch. Ja, man, fresh, fresh. Gehen wir mal weiter zu Fero47 mit Schau mich an und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, um wieder eine Textanalyse zu machen. Oder was sagst du? Textanalyse. So richtig so. Alter. Ja, können wir machen. Da kannst du ja mal allgemein sagen, was sagst du zu dem Song? Schau mich an. Warte, ich muss da, glaube ich, immer was finden. Das war Schau mich an. Ja, mit so einem Crash-Bunny-Code-Beat. Und ich zieh mit der Waffe. Ja, mein Gott ist bei, bei, bei. Ei, 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 vai, vai, vai. Diese. Und ich schau mich an, oh nee, 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 nee. Aber was sagst du? Ist das nicht, aber ich fand, das ist die beste Singer. Ja, wirklich? Ja, das finde ich, weil, welche fandest du denn besser? Fandest du diese, oh nee, nee, nee. Oh nee. Ne, ich glaube dieses, äh, bin ich immer noch derselbe, selbe? Nein, oder? Oder bin ich am Ende? Ich glaube, das fand ich am besten. Ja, doch. Aber die war auch so, ach, das ist alles Schwachsinn, was er da macht eigentlich. Sorry, aber. Schau mich an. Text halt, okay, ich öffne mal hier Text. Da haben wir Schau mich an von Ferro47 produziert von Team Wicked und Atem aus dem Album 47. Ich zieh mit der Waffe aus der Lederjacke. Warte mal. Ach so, nee. Ich zieh mit der Waffe aus der Lederjacke. Komm, lass mal. Sie babbeln, nur jeden Tag. Alles Show, ja, sie lachen, nur reden, nix machen. Doch kleben wie Ratten. Ich sehe es, bra. Guck mal, wir sind bei den ersten vier Zeilen und ich habe schon eine Fragezeite im Kopf. Ich weiß gar nicht, die, warte, alles Show. Ja, sie lachen, nur reden, nix machen. Doch kleben wie Ratten. Warum kleben denn jetzt Ratten? Aber egal. Hook geht, schau mich an, bin so krass. Ja, mein Flow ist krasser. Also er ist krass, aber sein Flow ist krasser als er. Zähl die Parts, alle Mann. Hol meinen Blunt aus Rotterdam. Guck mich an, bin so high. Mein Kopf ist bye, bye, bye. Tust auf, Mann. Denk mir so, wirklich, bye, bye, bye. Okay. Das ist heftig, ne? Film. Der verpackt das echt gut, Alter, immer in seinen Dings, diese Stimme und dieses geschnelle Rappen und Beat. Wenn du dann liest, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Aber hast du mitbekommen, sein Album kommt komplett ohne Features aus, ne? Ja, aber ich bin mitbekommen. Ja, ist auf jeden Fall mutig, weil, Alter, 18 Tracks so oder so, keine Ahnung, mal gucken. Was, wenn du eins schmeißt? Ich glaube nicht, denk mal, der wird maximal zwölf machen. Nein, 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 nein. Part 1. Sie dachten, mein Hype wäre so klein. Jetzt seh mich in MTV, hol euch ein. MTV. Steh mit beiden Beinen, nicht mit einem. Ich bringe nur das Geld für die Fam hier rein. Seh nur Summen, Summen, Summen und der Motor ist am Brummen. Platzkopfmodus wie beim Horus. Geh ich vor und steh im Fokus. Hokus Pokus machen Fotos. Das ist Sound für meine Locos. Brechtimio auch bei Modus. Schöne Grüße an Amigos. Wo ist da jetzt der Zusammenhang, Alter? Also die Reimpassage mit Summen, 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 Brummen und Horus auf Hokus Pokus und Modus. Fokus, Fotos, Locos, Modus. Heftige Reimkette auf jeden Fall. Dann kommt die Bridge. Geben Gas, ey. Jeden Tag, ey. Guck mich an, ey. Ich lebe, bra, ey. Amnesia, ey. Nach Hollanda, ey. Ich bleibe am Ball, ey. Für meine Day-Date. Und dann Pre-Hook. Ich ziehe meine Waffe. Parten war ja gerade schon mit, äh, doch kleben wie Ratten. Warum kleben die wie Ratten? Ich weiß nicht. Kleben Ratten? Ich weiß auch nicht. Ich versuch da irgendwas so. Kleben Ratten? Nein, Ratten kleben gar nicht. Ja, weiß nicht. Die sind ja Kanalisationen so nass, dies, das, Krimskrams. Aber kleben weiß ich nicht. Ach, komm. Ratten kleben. Leute kleben, aber Ratten kleben. Du klebst wie Ratten. Ne, geht doch gar nicht. Topics. Warte mal, jetzt hier Part 2. Für Locos, Banditos, trink mit mir Salitos. Ab nach Puerto Rico und misch ein paar Kilos. Gehe nicht mehr ins Minos. Ich lebe wie Pacino. Mein Auto Alpino und es heißt Delfino. Alter, wat für Reimalt. Oh, Film, Alter. Jeden Tag machen alles für die Bras. Manchmal ist es für den Arsch. Ess ein Snickers auf Mars. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, Snickers auf Mars. Aber heftig. Das war ein bisschen, könnte man sich so Sachen reininterpretieren. Der denkt so wegen Snickers auf Mars Riegel und Ess ein Snickers auf Mars. Heftig, Alter. Tret aufs Gas. Denn nun bin ich jetzt ein Star. Lebe mein Leben wie Pasha. Träume werden ab jetzt wahr. Ey, ey. Album wird Film. Album wird Film. Ehrlich. Album wird heftig Film. Danach kommt wieder die Bridge, die Pre-Hook und die Hook. Also, nein, das ist total Schaden. Also, schau mich an, kriegt von mir ein richtig heftiges Lech. Und man muss das einfach ansprechen. Das, was er sagt, das ergibt einfach keinen Sinn teilweise. Nee, überhaupt keinen Sinn. Einfach irgendwas hinlabern. Kleben wie Ratten. Das ist auf jeden Fall ein Vergleich, den werde ich nicht mehr vergessen. Kleben wie Ratten. Und Leute, was haben die bei Savas immer Dings? Farid und Kolla haben sich mal eine Zeit lang bei einem Vergleich von Savas kaputt gelacht. Immer die ganze Zeit. Ich glaube, ich flow wie Nasenbluten oder so. Ja, ja, wieso? Ja, da haben die sich drüber lustig gemacht. Ja, was soll man da machen bei einer Zeile wie, ihr klebt wie Ratten? Wieso? Keine Ahnung, ey. Also, von mir auf jeden Fall Lech. Keine Ahnung. Von mir auch Lech. Lech, Lech, Lech. Gehen wir mal weiter zu Jalil mit Bad Boy. Der hat auch eine Videopremiere mit YoMTV Raps gemacht. Und Jalil, der jetzt da ohne Maskulin unterwegs ist, ist das ein weiterer, hier, warte, weil Ongbak war ziemlich nice, ist das ein Song, der auch in die Sparte reingeht oder muss da Jalil nochmal eine Schippe drauflegen? Ja, das ist so ein Mittelding, würde ich mal sagen, ne? Ja, der Beat ist gut, aber ist halt so. Genau, genau, genau. Und in der Woche kam noch eine Single raus, die Bad Boy ist von Noir und Jigsaw. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Heftig, in der gleichen Woche, ey, was für ein Zufall. Anscheinend wollen jetzt alle, haben die jetzt alle drauf, hier wegen Bad Boy Film compiled und dann alle jetzt Bad Boy. Ja, Mann, ist so, ey, die haben alle den Trailer gesehen, ey, lass mal Track machen, Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy, what you gonna do, what you gonna do, n-n-n-n-n-n-for-you. Ja, Jalil, Bad Boy, ganz schlicht, würde ich mal sagen, ist ein okay Track, also man kann sagen, er sollte wieder, er sollte eine Schippe drauflegen, aber man kann auch sagen, dass es halt manche Geschmäcker richtig getroffen hat, aber bei mir war es wirklich so ein Mittelding, weil schlecht ist es nicht, aber es ist kein Track, den ich jetzt übertrieben feier und kenne auf jeden Fall viel mehr Tracks so von Jalil, die bombig sind, aber Bad Boy war jetzt so einfach okay. Ich glaube, Jalil, er sieht das ähnlich. Ja, denke ich auch, Alter, ja, da muss man echt gucken, so, ne, und ich finde auch, nach dem Maskulin muss er sowieso eigentlich Gas geben, weil ich sehe so seine Klicks und alles hat ein bisschen schwer, ne. Obwohl er also musikalisch mit Ong Bak auf jeden Fall einen richtig guten Start gemacht hat, weil ich dachte mir da auch so, bäh, aber ja, du hast recht so, ich weiß nicht, irgendwie schlägt er nicht so großartig Wellen, aber ich habe irgendwie mitbekommen, ich glaube, das Verhältnis mit Flair hat sich wieder ein bisschen abgekühlt, ich glaube, der hat auch irgendeine Single von ihm geteilt doch, der Flair. Ja, okay, man muss mal gucken, was die Zukunft bringt, ich sage auf jeden Fall bei der Nummer auch, okay, weil das klingt auch irgendwie wie ein Song, den man schon mal von ihm hatte, so, ah, es ist okay, ah, es ist okay, ist okay, ist chillig, ist chillig, ist chillig, gehen wir mal weiter zu Sido featuring Johannes Oerding mit Pyramiden, wir müssen endlich an was glauben, denn wenn der Himmel in der Dünne... Ja, Radio-Single, ne? Ja, das ist das Astronaut. Hat er so angekündigt. Ja, Mann, das ist so. Hat er so angekündigt. Aber ich habe ja, glaube ich, schon mal angemerkt, dass ich Radio-Sido immer nicht so ansprechend finde und auch immer so finde, dass diese Songs sich immer zu sehr eigene anhören auf dem Album und so ein bisschen rausreißen. Wie sieht es bei dir aus mit dem Song? Ist das eine Single, die zu den vorherigen Singles passt oder ist das ein Song, der so, ja, ist gut, ist halt eine andere Facette, aber passt noch gut ins Album. Ja, zum Album, ja, also, schwer zu sagen, aber ich würde auf jeden Fall erwähnen, dass es eine gute Radio-Single ist, Alter. Ich weiß nicht, warum, hat mir auf jeden Fall gefallen. Also, ich habe da eigentlich nichts auszusetzen und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt so oft im Radio jetzt gespielt wird. Hast du jetzt schon mitbekommen, dass es jetzt richtig wirklich so angekommen ist wie eine richtige Radio-Single? Das ist ja das Problem bei mir, ich höre ja überhaupt gar kein Radio, deswegen habe ich das nie auf dem Schirm, aber ich kann es mir vorstellen, weil halt da ist Message drin, da ist das Musikal, also das Arrangement ist einfach Vollradio und der Beat auch sowieso 100% Radio. Also, ja, und das Feature auch eh, also ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, wenn nicht, dann, nee, es muss eigentlich im Radio rauf runterlaufen und ich weiß nicht, also ich fand den aus musikalischer Sicht einfach nur für sich gesehen ist das top ausgearbeitete Radio-Nummer so, 100%. Aber wenn ich dann ans Album gedacht habe, dachte ich mich schon so, hm, das wird ein bisschen schwierig. Ich habe das Album ja inzwischen schon gehört, wir müssen aber ein bisschen so bleiben, als ob wir es nicht gehört haben, deswegen würde ich erstmal beim Song bleiben und dort die Anmerkung machen, dass ich den Beat aus persönlichen Geschmack einfach ein bisschen zu kitschig finde. Diese Bumm, kusch, ist nicht so meins, so weißt du, dann kann noch Peter Maffay aus der Ecke kommen und auch noch Tabalunga oder weißt du was ich so mäßig. Das ist nicht immer so ganz meins. Ich sehe auch gerade bei den Credits, dass Sera Finale mitgeschrieben hat. Mhm, interesting. Also die Hook wahrscheinlich ist dann von Sera Finale. Also es klingt auch einfach wie so eine Radio-Hook. Und vielleicht hat sich da Sido auch ins gemachte Nest gemacht und so, weil wenn du da jetzt noch einen Co-Schreiber wie Sera Finale hast, ich hätte eigentlich gedacht, dass so eine Hook auch von einem Sido kommt, aber die kommt dann wahrscheinlich von ihm. Und Sido hat dann da halt sehr treffende Parts geschrieben, die auch flowmäßig und reimtechnisch sehr gut geschrieben sind. Ist so. Warte mal, wie war denn die Passage? Ich habe gerade den Text geöffnet. Ich habe den Text geöffnet. Warte, wir wollen etwas, das bleibt, das länger da ist als heute. Etwas, das jahrelang leuchtet, deutlich und klar wie die Träume. Weißt du, der Flow war gut und da war irgendwie, die Pre-Hook war das, glaube ich. Wir müssen in den sauren Apfel beißen, abreißen und neu machen, damit wir sehen, es geht noch weiter abseits von den Scheuklappen. So, auf jeden Fall einfach so hervorgehoben, so mäßig. Textlich finde ich es über nice, aber insgesamt würde ich okay, Tendenz so fresh sagen, einfach weil es musikalisch überhaupt nicht so meins ist. Wir müssen einfach so. Das erinnert mich auch so an dieses Lied, was er mit Bushido hatte auf dem 21 Album, 23, sorry. Album dieses, ich wollte nie erwachsen sein mit Dings, mit Peter Maffay. Das ist auch so, da bin ich halt drauf. Oder hier von Bushido, für immer jung, ein Leben lang. So diese Singles sind das halt. Das Lied auch noch, das war hart. Das hat Kopf gefickt, Alter. Ah, ich sag, okay, Tendenz so fresh. Explosive und DJ Destu sind sehr, sehr wandelbar, weil der Beat hätte auch von irgendeinem Schlagerproduzenten sein können. No front. Ja, Mann. Gehen wir mal erstmal weiter zu Mero's Hand. Also der hat jetzt meinen Kopf gehabt, seine Hand. Was hatte der noch für einen Körperteil? Meinen Ellbogen? Boah, weißt du, am Fuß hat der, glaube ich, noch nicht. Mein Fuß kommt noch. Wenn der einen Fußballsong macht, ole, ole, mein Fuß. Aber meine Hand ist auf jeden Fall wieder ein Fall, wo ich sagen würde, lass uns doch mal in die Lyrics reingehen. Aber nimm meine Hand. Tracklist. Na, Tracklist sage ich. Din, 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 song. Weißt du, du brauchst noch einen Jingle, musst du noch einen einheitlichen, so din, 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 din. Ja, Mann. Din, 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 din. Lyrics. Lyrics. Okay, gucken wir mal. Mero, meine Hand. Sag mal erstmal allgemein, ist das eine Nummer gewesen, wo du sagst, okay, Mero hat es endlich geschafft, mal was anderes zu machen? Hm. Bissken, ne? Bissken, was anderes, wa? Ah, ich war's. Bissken, 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 aber, 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 ja, ne, nur, eigentlich, warte, wenn ich, ich muss da nochmal spicken, aber Bissken, aber Bissken, oder? Hook, bisschen anders so. Ja, Hook, das ist auf jeden Fall anders. Aber wenn der Part sofort anfängt, dann ist das wieder gleich. Deswegen sage ich ja Bissken. Aber diesmal sagt er nicht, oh, das wird da miese, oh, also dieser Track wird, glaube ich, keinem, oh, ne. Deswegen sage ich nur Bissken, weil der Chorus ein bisschen anders ist, aber so Part mäßig, wenn's anfängt, dann ist das einfach wieder dieser Mero. Und, was dann anders ist, ist dieses, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Da macht er doch so eine Stelle, ne? Ja, also ich seh's hier in den Lyrics auf jeden Fall. Oh, oh, oh. stimmt so ein bisschen anders mehr so mäßig ja ein bisschen anders aber du bist aber wieso kannst du halt vorlesen sein parts da wird man wieder das einfach der er hat nur ein partner zwei aber die sind sehr kurz irgendwie und es ist sehr viel hook und pre hook und sehr viel also die hucke baby nimm meine ja wir laufen durch die stadt baby nimm ein ach so und dann noch mal ja wir laufen durch die stadt fragst dich was ich mache ich mache sessions bleibe wach fragst dich was ich mache ich mache sessions ganze nacht okay das joker erster part oh mein gott ich wollte gerade sagen der erste part geht so los aber der erste part geht wirklich mit den worten los erster part erster part und ich bin wieder mal am flexen guck mal pass mal auf da macht mir ein song über eine frau und sagt nimm meine hand und mach sonst was und er fängt den part so an erster part und ich bin wieder mal am flexen ja der ist thematisch über der ist thematisch gar nicht da drin deswegen überlege ich mir gerade was glaubst du ist mir da sitzt dort hört den beat und schreibt die huck und dann die parts oder hat mir einfach ein part und schreibt irgendwo dazu ich würde mal sagen der konzentriert sich nur auf die huck wegen meiner hand so aber dann in der part schreibt er einfach irgendwas um das schnell runter zu haben ja im part ist wieder ganz andere geschichte und dann in der huck macht er wieder ein thema draus aber in den parts richtig genau katastrophe erster part und ich bin wieder mal am flexen sie weiß ich bin in der stadt deswegen will sie schwänzen gibt menschen die hinter mir stehen auch wenn ich falle doch heute geht es mir gut nach barca kommt nach barca kommt mal nichts damit zu tun nichts damit der sagt erstmal ja ich bin in der stadt und die ist am schwänzen wegen mir aber dann redet er wieder über freunde die den rücken fallen okay sie sagen immer wieder mero sie sind like geil wollen zu mir weil ich oben weil ich bin oben auf der skyline wei 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 hallo deutsch rap und bin und wieder bei bei ja dann ist der part zu ende das zu ende dann da kommt wieder baller baller mach urlaub mit den brüdern in spain auf spain ist heftig doch bock doch nicht weil ich fick wieder das game und sie sagen wieder wow wau woh 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 och 51 ich laufe alleine durch die stadt sehen dich vom weiten merke dass du wieder lacherst okay ich komme zu dir sage baby nimm meine hand fragst mich wohin we gehen doch ich hab keinen Plan. Komm, wir gehen. Also, also komm mal, ja, wir gehen wieder. Richtung Wolke 10. Diesmal andere Melodie. Okay. Ich kann dir überhaupt nicht folgen. Warte mal. Warte mal. Also komm mal, ja, wir gehen wieder. Richtung Wolke 10. Diesmal andere Melodie. Also komm mal, ja, wir gehen wieder. Richtung Wolke 10. Diesmal nur ein anderer Weg. Hä? Welcher andere Weg? Was? Anderer Weg? Anderer Weg? Ey, ich verstehe gar nichts mehr, ey. Alter, ja, Mann, ey, das ist cool. Das ist ein Rätsel. Ein Fall für Detective Conan. Ich verstehe nicht, was er im zweiten Part sagt. Erst sagt er, ey Baby, komm, nimm meine Hand. Du fragst mich, wohin sollen wir gehen? Dann sagt er, er hat keinen Plan. Dann sagt er in der nächsten Zeit, ja komm, wir gehen Richtung Wolke 10. Aber diesmal nehmen wir einen anderen Weg dahin. Ja, okay. Was meinst du damit, Melo? Ich glaube, der meint damit wegen, ich weiß, weil der Wolke 10, hat er nicht Wolke 10 seinen Track gehabt? Ja, ja, Baby, komm, wir gehen Richtung Wolke 10. Ja, und deswegen meint er jetzt, vielleicht, weil der Beat anders ist. Andere Melodie da, ne? Ja, genau so, so. Muss man das so interpretieren, glaube ich, so. Ich weiß, man muss richtige Goethe analysieren. Ja, diesmal ist ein anderer Weg. Nicht mehr dieser Weg und dieser Beat von Wolke 10. Aber er redet trotzdem vom Vibe oder keine Ahnung, wie er das meint. Aber ich finde das einfach filmig, weil der von links nach rechts springt. Aber sowas von. Und da überhaupt nicht beim Thema bleibt. Ne, Baby, ne. Weil normalerweise kann er dann, wenn er sagt, meine Hand, einfach überhaupt die ganze Zeit über Mädchen rappen so. Ja. Der hätte wenigstens einfach dieses da auserzählen können, wo er sagt, sie weiß, ich bin in der Stadt, deswegen will sie schwänzen. Ja, erzähl doch weiter. Aber auf einmal, es gibt Menschen, weil wahrscheinlich, 100 pro, guck mal, pass mal auf, wie die Zeile geht. Sie weiß, ich bin in der Stadt, deswegen will sie schwänzen. Und dann sagt er in der Folgezeile, gib Menschen. Das ist schon so, weißt du, der denkt nur an die Reime und schreibt. So, gib Menschen, wegen Schwänzen, gib Menschen, die hinter mir stehen, auch wenn ich falle. Doch heute geht's mir gut. Nach Barca kommt mal. Der denkt nur an die Reime, der denkt nicht dran, was er sagt. Weißt du, der schreibt einfach. Ja, da waren Reime. Naja, was soll's. Von mir kriegt er ein Lech und vielleicht sogar den Lech der Woche. Ist auf jeden Fall auch Lech. Komm, wir spülen uns die Ohren aus mit Apache 207 mit 200 kmh, der da charttechnisch sowas von durch die Decke geht aktuell und musikalisch auch einfach Sachen abliefert, die dort gut platziert sind. Oder was sagst du zu 200 kmh? Doch, Apache ist schon ein krasser Künstler, weil das ist ja sozusagen ein Newcomer jetzt, ne? Und er kommt echt gut rüber. Und ich finde Stimme, seine Texte und wie er das alles macht, auch so diese Aufbau von der Musik und so. Es ist schon, ich weiß nicht, ob man sagen kann, einzigartig, aber er macht das auf jeden Fall in der jetzigen Zeit sehr besonders. Der ist nicht so standardgemäß. Der macht es richtig so flowmäßig und alles. Der ist schon gut, ey. Der ist sehr gut. Der ist allrounder, originell, der macht lustige Songs, lustige, der ist auch so ein Paket, einfach so ein Kunstpaket, so wenn du dir den ansiehst. Ist so. Ne? Ehrlich. Wie er das macht, richtig krass, Alter. Ja. Als ob der schon zehn Jahre dabei ist. Ja. Und jeder Song klingt auch wie ein Hit. Also das sind alles Hübsongs irgendwie. Irgendwie schon. Ja. Und immer Singles. Sofort so im Kopf so. Ja. Und das ist auch, ohne Witz, das ist jetzt auch mal ein Künstler, der im Deutschbleib rauskommt, wo man auch nicht irgendwie das Gefühl hat, dass er die nächste Welle auslöst mit seinem Style. Weil normalerweise kommt ja immer ein Künstler, der bringt was Neues und alle sehen das und machen das nach. Aber wenn jetzt Apache kommt und dieses Neue da reinmacht und alle das nachmachen würden, das würde so übertrieben peinlich auffallen. Ja. Also das geht ja fast gar nicht. Deswegen ist das einfach mal gut, jetzt auch mal so einen Künstler zu haben, der da komplett seine eigene Linie fährt und scheinbar auch keine Features macht, wie der es auf dem Sido-Album macht, weil da hat er sich nur einen Lebenstraum erfüllt. Aber der soll mal seine Schiene mit 200 kmh weiter so fahren. Von mir gibt es da auf jeden Fall fresh. Fresh. Ja, von mir auch. Safe. Fresh. Aber der muss immer. Läuft der auch wieder am Ende des Videoclips so? Ja, der läuft immer. Das ist ein Running-Dag. Hey, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Running-Gag. Ja, Mann. Running-Gag. Ehrlich, der muss immer am Ende des Dings wieder so laufen, ey. Ja, Mann. Beste. Beste, beste. Geil. Fresh von Jau? Ja, fresh, fresh. Safe. Ja, Mann, Alter. Dann gucken wir mal, ob Summer Jam featuring Luciano mit Summer Jam auch einen Fresh kriegen. Ich sage bei der Stelle nur Houston oder beste Community, wir haben ein Problem. Nein, ich finde die Nummer wirklich unterirdisch. Also ich hätte nicht gedacht, dass mal so eine Single von Summer Jam rauskommt, wo ich sage, ey, die ist Katastrophe. Ich kann gar nicht. Ich finde die richtig schlimm. Ehrlich? So schlimm? Ja, ich finde, jeder kennt das Original. Jeder kennt das Original. Safe. Safe. Und die Vorlage, da kannst du so viel Geiles draus machen und die haben das Billigste aller Billigsten gemacht und dann macht da sogar Luciano in seinem Part auf einmal die Melodie von Cry Me A River von Justin Timberlake, wo ich mir denke, Luciano Loco kommt und macht er das. Ich denke so, nein, lass mal jetzt. Und dann das Video und so. Ein bisschen schief, ne? Ja, eben. Deswegen, ich mag den Track gar nicht. Also von mir ist das ein Lech. Und Dings, äh, aber ich würde sagen, ist okay, aber ich fand Autotune bei Summer Jam ein bisschen zu viel, oder? Ja. Ja, ich finde, die ganze Nummer klingt einfach komisch. Als ob die entweder nicht fertig ist oder als ob die einfach nur komplett parodiemäßig als Joke gemeint ist. Aber ich konnte bei der Nummer nicht lachen, weil ich will auf einem Summer Jam Album keinen Song haben, wo ich sage, der ist schlecht. Der Beat ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ja, keine Ahnung. Diese Flöten, die nerven langsam. Ist das Mix und McCloud wieder, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ich weiß nicht, ey. Also ich war, ich gebe dem Track auf jeden Fall okay. Okay. Ich war aber okay. Ich weiß nicht warum, aber ich fand den, war jetzt okay, doch ehrlich, der war okay. Aber ich fand halt bei Summer Jam, diese Autotune war zu viel. Und partsmäßig fand ich die jetzt beide jetzt so okay-mäßig. Beat fand ich eigentlich nice, aber keine Ahnung. Okay, Track komplett. Omelette. Omelette. Komplett Omelette, aber sowas von, weil, alter, wenn man Summer Jam Feature in Luciano sieht, da ist doch was Besseres drin, als die Nummer, alter. Das ist doch voll, naja. Hat mich gar nicht abgeholt. Ich wurde an der alte Stelle stehen gelassen und deswegen gucken wir mal, ob Rav Camorra mit Adriana mich diesmal nicht hängen lässt. Also, das ist hart, diese Palm aus Plastik und auch der Anfang klingt nach 500 PS gefühlt. Was sagst du? Ja, oder was war das? Nicht hier dieses Team Platin, Team Platin. Hier, äh, äh, kontrollieren, ne? Ja, kontrollieren, ne? Ja, 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 ja. Bisschen so. Ja, also da muss ich auch ehrlich sagen, der Track ist jetzt nicht schlecht, aber für das neue Album und das soll sein Abschlussalbum sein, da fand ich die Nummer jetzt so, äh, keine Ahnung, leider so solide, weil das ist echt kein Unterschied zwischen den Songs, die er sonst macht. Ja. Und man hat sofort Dings, wie ich schon gesagt, kontrollieren hab ich im Kopf gehabt sofort oder wie du sagst, 500 PS. Und klar, die Thematik wird angesprochen hier, dieser, also, Adriana Lima, ne? Die Frau sozusagen, so. Video fand ich aber krass. Video fand ich aber krass. Ja, war sehr aufwendig. Sehr, sehr aufwendig. Haben die ja gesagt, drei Monate oder so, ne? Ja, drei Monate hab ich irgendwie gelesen, dass sie dafür gebraucht haben, so, also diese Aufnahmen und alles. Also Video, dieses zum Beispiel da, wo er dann mit der Freund auf dieser Dings, auf diesem Felsen und da diese, was ist das da, so ein Kopf oder Vogel oder was war das? So ganz groß, da wo er da sitzt. So eine Steine. Ja, ja, genau. Also krasse Aufnahmen. Also Videotechnik fand ich heftig gut, aber Musiktechnik war jetzt nicht schlecht, aber für das Album ist jetzt mein, also ist es jetzt so gekommen, dass ich dann denke, also mit sowas willst du jetzt abschließen? Ja, ja, das ist genau das. Die Messlatte für ihn ist für mich persönlich einfach zu hoch, als dass ich so eine Single mit Fresh einfach abklammern kann. Natürlich ist es okay. Natürlich ist das auch ein Chartsong. Natürlich wird der auch gut rauf und runter laufen, aber das war so, ich hab das ja im Urlaub gesehen, dann die Single, dann auf Handy angemacht war das so, aus allen Singles war das halt eine und das darf bei Saraf Cabora für mich nicht sein. Das muss halt ein Event sein immer bei Rafa Cabora, aber ich hab mich so verdammt satt gehört an diesem Sound und down, down. Sie will Dolce Cabana, aber ohne Mascara. Sie gehen in der Prada. So weißt du, nein. Auch diese Weiber, diese Ladies Tracks hat er auch auf Anthrazit auch geiler gemacht. Dieses Andere Liga, ist doch viel geiler und hat einen anderen Vibe. So weißt du, dieses Andere Liga. Ja, ja, besser, besser. Wäre auch besser gewesen, aber nicht dieses schnelle Abtempo Balkanpop oder was das ist. Ich weiß nicht, was für eine Richtung das ist. Aber das ist halt wieder auch mit diesen Elektro-Elementen, das ist nein. Ich wollte das nicht. Deswegen okay einfach nur für die Single. Leider für Adriana. Bei mir auch okay. Obwohl die, klar, dieses Okay, was man ihm gibt, kann man nicht vergleichen wie jetzt ein Track, was habe ich denn gerade noch okay gegeben? Jalil oder Jalil oder... Ja, genau. Das kann man nicht vergleichen. Das ist ein anderes Okay. Weil, wie du schon sagst, Messlatte so hoch und leider für das Album so zum Abschluss so, nee. Leider, leider, leider. Aber trotzdem, warten wir mal ab, was die nächste Single ist. Ist so. Und gucken, gucken, gucken. Gucken, gucken. Vielleicht gibt es da noch den Brecher. Und aus der Community gab es ja Worte, dass in der Box auf jeden Fall mehrere Alben noch drin sind oder so. Deswegen, der wird da bestimmt noch so ein... Und ein Buch, ne? Über sein Leben, glaube ich, wird da drin sein. Genau, Biografie. Das finde ich chillig eigentlich. Aber ich hoffe für ihn auch, dass er das im Anschluss darauf auch normal in die Läden bringt, weil der will doch bestimmt Bestsellerautor werden und ich glaube, wenn es in der Box ist, ist es halt nicht für Spiegel-Dings hier für die Top-Liste der Bücher so. Der muss das nochmal so raushauen, glaube ich. Ja, wäre eigentlich besser für ihn. Ja. Weil ich würde es, ich wäre auch sehr interessiert daran zu lesen, das zu lesen, weil man kennt natürlich einige Storys von ihm aus älteren Interviews, wo er noch Interviews gemacht hat, hat er sehr viel über seine Anfänge geredet, wie er da mit dem Roller von da nach da gefahren ist und schwarz gefahren in den Zug, dies, das. Also die Storys nochmal in ganzer Fülle zu hören, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Seine Anfänge in Berlin und so muss man auf jeden Fall gelesen haben. Deswegen mal gucken. Boxen sind wahrscheinlich alle weg, wahrscheinlich bei dem, ne? Aber das weiß ich gar nicht, Alter. Ich bin gerade sogar noch am Erlegen wegen der Biografie, ob man eine Box klären sollte. Ich gucke mal bei Amazon, und warte, ich gucke mal, Rav Camorra, wie teuer die auch ist, weil das wäre natürlich auch so eine Sache. Schon 45 Euro bestimmt. Wie heißt das Album nochmal? Zenit, wa? Zenit. Zenit. Okay, er zeigt mir die Box für 59,99 mit Größe L. Also ist auf jeden Fall ein Kleidungsstück drin und eine Biografie. Die ist auch sehr dick, Alter, ne? Mhm. Abschlussbox wird richtig groß. Ja. Also von der Zone zum Zenit. Ist auch ein sehr guter Titel, ey. Die autorisierte Biografie von Daniel Schieferdecker. Das ist der Autor. Und in der Story hat ja Raff ja auch selber gezeigt, dass er einige Passagen selbst ausgeschrieben hat. Und das Format steht jetzt schon hier bei Amazon als Doppel-CD. Also ist das wahrscheinlich auch ein Doppelalbum oder wird das auch als Doppel-CD gezählt, wenn da die Instrumentals drauf sind? Ne, eigentlich nicht, ne? Bin ich auf jeden Fall erleichter, dass wir genug Material noch haben und wahrscheinlich noch den Raben raff zu hören kriegen mit Oh, ich bin dunkel in meinem Zimmer, mein Bett riecht nach Mafia, so mäßig. Deswegen, ich bin gespannt, gespannt. Aber Adriana kriegt okay von mir. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt in den Kommentaren wie kann man diesen Track noch okay geben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die nicht gut bewertet sind wie bei Fresh Holiday, weil der ist mit seiner ersten Single, was war das nochmal? Boah, Junge. Guck mal, geht nicht, ne? Der hat zwei Singles gebracht, die erste so halb vergessen. Wie war die denn nochmal? Ach, Vendetta. Vendetta, genau. Vendetta hat auch kein Fresh Gold, glaube ich. Das war ein okay. Okay war das, ne? Ja, ja. Vendetta. Deswegen, mal gucken. Ich bin gespannt, ob Adriana mehr Prozent holt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sogar weniger als Vendetta holt. Andriana. Gehen wir weiter zu Capita Bra. Samra und Lea mit 1-1-0, die da auf jeden Fall die Konkurrenz zur heiß diskutierten Single, die im Anschluss besprochen wird, dargestellt hat. Und, ah ne, ich sag's nicht hier. Wir tun so, als ob wir diese Woche nochmal besprechen. Deswegen, dass wir über 1-1-0 von Capi und Samra sprechen. Was sagst du, Taka? Ist das eine Single aus Berlin-Leb-2, wo du sagst, okay, so ein Album habe ich mir gewünscht von den beiden? Oder ist das eine weitere Single, wo du sagst, Alter, was machen die da? Naja, ich würde mal sagen, die haben mich mit der Single, würde ich mal sagen, überrascht, plus diese Feature. Und die haben, finde ich mal, was ein bisschen anderes hergezaubert. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ja, genau so was wünsche ich mir für das Album. Sondern, ich fand's halt einfach gut, dass sie sowas mal gemacht haben. Und ich fand die Single auch an sich eigentlich fresh. Ja, ja, absolut. Und die haben mich damit auf jeden Fall sehr gut abgehoben oder mitgenommen, sozusagen. Also ganz ehrlich, war ein gutes Konzept und haben die gut hinbekommen. Ich gebe dem Alcatrack ein fresh. Ja, fresh, fresh. Also da muss ich auch sagen, dass endlich mal eine Single da ist, wo ich sage, okay, die beiden machen einen Song, der gut ist, machen auch einen Song, den man nicht schon mal gehört hat von denen, so, weißt du? Die Hook ist anders, der klingt einfach anders und ich finde, es ist sogar ein Song, wo ich gesagt hätte, das hätte ein richtig geiles Video verdient, aber es ist wieder nur so ein Street-Video geworden. Ja, das ist halt die Schatten. Ja, locker weg Video. Das fand ich auch links. Sie war im Haus, der war da in Berlin, wo ist das da, wo er ist? Mercedes-Benz Arena da. Ja, genau, Mercedes-Benz und er einfach an so einer Holzclip oder keine Ahnung, wo der ist. Das ist einfach so, ja, wir gehen um vier Uhr nachts raus, drehen drei Shots und dann haben wir es. Das kann, richtig. Also ich finde, das hätte die Haupt-Single sein müssen mit einem richtig geilen Video, weil das hätte der Song verdient. Die Hook ist sehr gut, obwohl es meinem persönlichen Geschmack nicht so ganz entspricht, weil das halt schon sehr poppig ist und die Stimme halt auch entsprechend ist, aber als Gesamtpaket komplett nachvollziehbar, wenn so eine Nummer auf Platz eins geht. Also das ist fürs Radio, für seine Fans und auch für allgemein einfach jeden, der sich da irgendwie angesprochen fühlt. Also ist ein gutes Ding geworden. Fresh. Safe. Und ich glaube auch, das einzige Fresh, glaube ich, oder habe ich Tillie Dean auch noch eins Fresh gegeben? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Aber es ist auf jeden Fall die beste Single, glaube ich, vom Album. Bis jetzt, ja. Bis jetzt, ja. Ja, ja. Ja, gehen wir mal weiter zum letzten Single und zum finalen Talk oder auch den Talk der Episode. Den Talk, den wir auf jeden Fall schon lange vorher so gedacht haben. Ja, da gibt es einiges zu besprechen. Wir haben da Bushido mit der ersten CCN4 Single und mit dem Song wissen wir jetzt auch, wer der offizielle Collabopartner dieses Albums ist. Und es ist, wie wir spekuliert haben oder wie sämtliche Ecken spekuliert haben, Animus. Und das Video wurde in Thailand gedreht. Also, das, was in diesem Bild-Podcast, glaube ich, spekuliert wurde, war einfach die Wahrheit. Und wir haben es jetzt da. Bushido und Animus machen CCN4, kommen mit der ersten Single da raus, mit Ronin, haben das Ganze auch releasetechnisch raffiniert gelöst, so, dass sie Bushido nur in den Videotitel gepackt haben und man erst über den Trick selbst die Überraschung hatte. Deswegen auch gleich die Frage an dich, wie war dein Erlebnis, als du dieses Video gesehen hast und dieses Video durchgeguckt hast? Wie war das für dich? Und vor allem so, ja, sag mal, erzähl mal. Oder wusstest du schon vorher, wer da drauf ist? Oder war es für dich wirklich, ich gehe rein, gucke und erzähl einfach? Ja, Wissen war ja sowieso erstmal Halbwissen war das ja. Das war ja so ein Halbwissen sozusagen. Und weil dadurch, dass nur Bushido im Titel steht, fand ich das dann eigentlich, das war schon nicht so ein Überraschungseffekt, Überraschungseffekt, sondern so, oh nein, wirklich. Dann hatten die das wirklich gemacht jetzt. So war das. Ja, ja. So, weißt du, weil eigentlich haben die das auch gut gemacht für die Leute da so, Titel nur Bushido und dann dieser Übergang vom halben Part, also vom Bushido, dass dann Animus reinkommt, so, haben die echt, ganz ehrlich, richtig gut gemacht. Ja, ja. Sehr gut. Da ist mir auch... Da muss ich sagen, Respekt, Alter, wie die das drüber gemacht haben. Als erstes Single, CCM4, jeder spekuliert oder rät, ob das Animus ist. Auf einmal kommt der dann so rein. Echt, also Respekt. Haben die gut gemacht, finde ich. Ja, also Inszenierungstechnik muss man ihn lassen. Das war krass, weil ich saß da auch, ich war ja da zu der Zeit in Italien und hab da am Abend halt die Single geguckt. Ganz normal, Bushido Single, Beat fängt an, Bushido, Ronin, dun, dun, dun. Und ich hab im Vorfeld natürlich auch so gegoogelt, Ronin ist halt, glaube ich, ein herrenloser Krieger. Also dachte ich mir, okay, ist eine Anspielung auf Animus, auf Arafat. Dass der halt nicht mehr bei dem ist und so dachte ich mir, okay, so hat es schematisch schon gut aufgearbeitet und spielt halt in diesem Bushido-Thema wie mit Mythos, dies, das und Samurai. Genau, spielt damit so weiter. Deswegen dachte ich, okay, ist alles konzeptuell erstmal abnehmbar. Hör ich mir mal die Single an. Ich drück auf Play. No, no, no. Es ist Bushido. Da kommen die Zeilen. Ich denk's, okay, er macht eiskalt weiter. Battle Parts und fick deine Mutter-Attitüde, macht er weiter und dann, was ist eine Fotze, die mit Leuten, nee, was war die erste? Was ist eine Fotze in einem Livestream? Pause. Ja, Mann. Und dann Animus-Stimme. Einfach eine Fotze aus dem... Ey, ich schwör's dir, mein Gesicht, ne, war so schock... Ich schwöre, ne? ...richtig schockiert. Ich war schockiert in dem Moment. Ich dachte mir so, ja, die Story stimmt in Thailand und dass Animus da ist und das Album schreibt und so. Stimmt alles. Aber ich hätte niemals gedacht, dass die zusammen das Album machen und vor allem auch, dass auf dem Track, den ich gerade anmache, gleich noch Animus zu hören sein wird. Deswegen, ich bin da aufgestanden und bin da erstmal so nach dem Motto, nein, nein, erstmal so durch diese Wohnung gegangen und dachte, nö, nö, laber doch nicht, laber doch nicht. Muss ich nochmal von vorne abspielen, nochmal durchspielen und denke mir so, heftig. Und dann hat man erst nochmal richtig hingehört, was Animus da rappt und weißt du noch unsere Gespräche, die wir hier geführt haben, als es darum ging, Manuel Hölzen hat das gemacht, tak, lass einfach bitte, lass einfach das alles, für sich beruhen, geh da raus, du bist da noch gut und glimpflich rausgekommen, lass es einfach, lass es. Ja, 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 ja. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie ich mir den Part angehört habe, die ganze Zeit, du denkst mir so, nein, hör auf damit, bitte, lass es. Weil ich sitze da ja natürlich auch zum Teil als Fan und denke mir so, warum willst du noch die Rolle spielen, Animus? Das denken alle, oder nicht? Ja, das war einfach Schock, Alter, das war einfach Schock. Aber was sagst du zum Track musikalisch? Was sagst du da? War da irgendwas, was dich da musikalisch gestört hat oder ist das so ein Track, wo du sagst, der ist noch gut so? Der ist auch, also für mich ist der Track auf jeden Fall gut. Ich fand den richtig gut. Ich fand alles, also ich weiß nicht, ob das, jetzt kann ich ja vorweg sagen, ich glaube, das war ohne Scheiß jetzt, ohne jetzt dieses LK, dies, das, was mit Bushido da passiert. Einfach nur mit, um den Song zu betrachten und Bushido und Animus in Kombi, haben die echt, das glaube ich, war das für mich der Fresh of the Week, weil der Song, der war, der hat mich einfach so, fast so wie Gänsehaut wieder so zurückgeholt, so nach dem Motto, so Junge, ihr habt heftigen Track rausgebracht, die Thematik, was ihr da wieder anspricht, so nach dem Motto, Fick auf die Leute so, was die über uns erzählen, ist so scheißegal, die sind so rausgekommen und man hat eigentlich so die Aktion, so mit Manuel, so was auch über Bushido erzählt, durch den Track so, nicht vergessen, aber die haben das so verpackt nach dem Motto, so fickt euch, Alter, ist scheißegal, was ihr mit uns macht in den Medien, wir sind trotzdem so die Stars, Alter, und wir machen das Ding jetzt und dann hast du gesehen, Alter, die Klicks, die Rattern nach oben, die Klicks Rattern nach oben, so bis jetzt hat man zum Beispiel von Manuel noch nichts gehört, Flair hat sofort auch so direkt gestichen und hat auch selber gesagt, dann macht er auf einmal CCN4 mit Animus, ich hör auf, ich hör auf, okay, so, das hat heftige Spuren hinterlassen, Alter, weil auch, du merkst ja auch im Text, so dass sie dann halt auch so rappen, so nach dem Motto, so, so dass sie, dass Bushido ein King ist im Deutschrap, so, dass es ohne den auch nicht geht, und wenn ich dann so überlegt habe, ja Junge, wir haben Ken Bushido, wir sind mit Bushido im Deutschrap aufgewachsen, so, wenn du überlegst, wie er angefangen hat, was war das nochmal, der Track da, der erste, wo wir, das Schwarz-Weiß, wie heißt das? Elektrofaust, jetzt kommt mein Bezirk und der Rest kann gehen, so, ne? Boah, da habe ich direkt daran gedacht und dachte so, doch, das stimmt schon, ey, also das Konzept und so, ich gebe den einfach fresh, ist heftig, oder wie kam das bei dir? Bei mir kam das auf jeden Fall so rüber, der Track war einfach krass für mich, ich habe den auch so oft gehört danach, ja, krass, geil, weil das ist, das war übelst für mich, ey, ich dachte mir so, krass, schon alleine was an, du musst dann wieder diese Anstichlung zu Manuel, sind mehr Klicks in Interviews als Songs, auch heftig, so, was er da anspielt, aber klar, muss man jetzt bedenken, ja, hey, du hast so große Fresse, aber was passiert ist, kann man trotzdem nicht vergessen, das ist genau, das ist genau das, was da blockiert, weswegen ich da nicht so ein Fresh rausdrücken kann, das hat mich die, also ich konnte den Track einfach nicht ernst nehmen, ich kann das, weißt du, ich habe das gehört, so, bin da aufgestanden, geh zurück und mach's nochmal von vorne raus und hab wirklich bei jeder Zeile, die halt in diese harte Schiene ging und halt diese Fassade da nochmal irgendwie an den Tag legt, dachte ich mir immer so, nein, aha, oh, so war meine Reaktion, so zum Beispiel bei der Zeile mit, äh, hier, äh, das war sowieso Schock, Zeile des Grauens, schlafe auf der Couch ein, wache auf beim Major, da dachte ich, nee, nein, das kann man doch nicht, selbst hochgelaufen, ja, das geht nicht, das geht nicht, das kann man doch jetzt nicht als geil verkaufen, die Zeile. Der macht das eiskalt. Und ich denke, ich schlafe vor, weil vor allem der Move zu Bushido zu gehen und da dieses Album zu machen, ist ja schon voll, was machst du da, Animos, das macht gar keinen Sinn. Und dann das auch noch in Kombination mit diesem, ich klaffe auf der Couch einzumachen, das war, also das ist die überpeinlichste Zeile in dem Dings. Und dann auch noch dieses von, was ist eine Fotze, die mit Leuten kommt, einfach nur eine Fotze, die mit Leuten kommt, also willst du, das war auch Film. Ist so, also willst du wirklich das Spiel weiterspielen und dieses Eins gegen Eins, weil Manuelsen hat seine Seite erzählt und die Story auch erzählt, als er dir aufgelauert ist in Hamburg und du dich da versteckt hast, das hast du ja auch noch nicht auserzählt von deiner Perspektive. Du gehst ja nur auf die Sachen ein, die wir in der Öffentlichkeit mitbekommen haben, auf diesem Handy. Deswegen müsste da Animos eigentlich noch quasi seine Seite am Tisch erzählen mit dem Koran und an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich kann das einfach so nicht ernst nehmen. Das geht nicht. Ich kann das nicht machen, weil ich weiß ganz genau, wie das in Übersee wäre, wenn jetzt zum Beispiel 6ix9ine rauskommen würde und da auf einmal wieder den Über-Gangster-Boss spielt. Das wird dem keiner abkaufen und der wird floppen. Und ich verstehe nicht, wie das hier funktioniert, dass er da einen Track macht und er uns an die alten Sachen erinnert und wir die aktuellen Sachen alle vergessen und vor allem Bushido dann auch noch die Eier sich rausnimmt, auf dem Track zu sagen, ey, die Polizei schützt, beschützt nicht euch von mir. Ne, wie sagt er das? Ja, der sagt das. Ja, ja. Weißt du? Die schützen, also Bushido wird, wir werden von Bushido beschützt, sozusagen. Ja, genau. Wo ich schon denke, so, what? What the fuck? What the fuck? So, nein. So, das, man, ich sag mal so, dieses Paket, ich sag mal so, dieses Paket Bushido und Animus, ich sag ja nicht, dass das nicht funktionieren kann, das kann funktionieren, aber auf die Art und Weise, wie sie es gemacht haben und mit den Zeilen und, nein, das geht nicht, Alter. Ich, ich konnte es nicht ernst nehmen, also musikalisch weiß ich, Bushido, Tradition, dies, das, dunkler Sample, die Drums und blau und blieb, ich glaube, Gorex hat sogar co-produziert und der steht da nicht mal als Producer im Titel, aber ist ja auch egal und, äh, Schock einfach, also ich würde da maximal ein Okay sagen, ist halt ein Okay-Track, ist halt Bushido, aber ich kann auf der anderen Seite, weil das einfach, du musst dir das ja auch so denken, was macht ein Bushido, nachdem er weg von Arafat ist? Jetzt macht er sich seinen neuen Gameplan und nimmt sich einfach den Feind, den er da damals hatte zu dieser Purpur-Zeit, wo er diese Boxen da gepostet hat mit, äh, Butt-Ass-Naked-Animus auf dem Cover, mit Seemanns-Mitze und so und nimmt den, und ich bin wirklich sprachlos, keine Ahnung, ich kann das nicht ernst nehmen. Ich habe sozusagen nur diese Musik so betrachtet und gehört, weil dann dachte ich mir so, doch, das ist schon eine nice Nummer, aber wenn du dann halt so, wie du erzählst, die Geschichte komplett, dann ansiehst, halt Geschichte und dann denkst du dir auch so, dass man das wirklich nicht ernst nehmen kann, so, weil, ne, das mit, das habe ich ja vorher schon vorweg gesagt, wenn du das nicht anguckst mit LKA und dies alles und so, nur du die Musik betrachtest, ist das auf jeden Fall für mich fresh, aber so an sich kann ich dir auch jetzt nicht ernst nehmen und Animus auch, so, du kickst die Zeilen jetzt so gegen Manuelsen, Manuelsen hat doch noch nicht mal etwas gesagt nach dem Motto, so, Junge, was, ich brauche dazu nichts sagen eigentlich, weil man hat das auf schwarz auf weiß gesehen, was passiert ist, er hat auch am Tisch schon genug gesagt, was will er denn jetzt noch so erzählen, weißt du dich so, weil, diese Wörter, die er da jetzt so aussagt, so, warum soll er noch mal zu ihnen hingehen oder noch welche Wörter spucken, das war schon genug, er lag da auf der Couch, er hat da beim Tisch geredet, also Manuelsen und das reicht schon, was willst du jetzt mit deinen mickrigen Zeilen so nachher machen, hat geballert, so auf den Track, so fand ich nice, das fand ich alles so nice, aber so an sich, so jetzt im Hintergrund, so die Story an sich von Bushido und Animus kann man nicht ernst nehmen und auch die Kombi, dass sie zusammen jetzt wirklich, Animus ist jetzt beim Label EGJ, obwohl man ihn so im Grund, im Boden zerrissen hat damals in EGJ, peinlich, das ist einfach so peinlich, und so, dann fragt man sich so, wo ist dein Stolz? was ist das für ein Mensch, also ich hinterfrage den Menschen Animus jetzt mit den ganzen Storys, wie sie alle erzählt werden und so und ich als Fan, ich bin ja, ich bin Animus-Fan gewesen, so Kugelschreiber 1 bis 3 gehört, ich dachte, oh, übelste Lyrics, dann geht er darüber in das Camp und ist dann auch noch mit Manuelsen, oh mein Gott, der schließt sich mit einem Cool, den ich auch übertrieben feiere, dann ist er bei Azad, oh mein Gott, wie geil, krass, die ist das und dann passieren diese Aktionen und dann merkst du halt immer mehr, dass da menschlich irgendwie was komisches ist, weil, keine Ahnung warum und dann kommt der jetzt, also ich, das ist jetzt eine Frage an jeden Animus-Fan da draußen, was denkt ihr denn dann jetzt, wenn Animus jetzt zu Bushido geht und mit ihm CCN4 macht, weil im Grunde muss sich doch der Fan, der sich zur Zeit gedacht hat, wo diese Box von Bushido gepostet wurde Animus in Interviews gesagt hat, dass er Bushido in die Fresse hauen will dafür, das hat er gesagt, das hat er alles gesagt, was denkt sich jetzt ein Animus-Fan, so, du kriegst von dem Feind, du kriegst von dem Feind, von meinem Feind auf die Fresse und machst jetzt mit dem Feind einfach ein Album aus Prinzip, weil die sagen ja auf dem Track, für mich ist das Prinzip Sache, ja, das ist voll ekelhaft, ohne Witz und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich die ganze Deutschrap-Szene hinterfrage, so, ja, das wollte ich gerade sagen, man muss nicht nur sagen, was denkt ihr über Animus, was denkt man überhaupt über die deutsche Rap-Szene jetzt durch diese Aktion wieder so, deswegen sage ich ja, dass Flair da auch recht hat und sagt so, boah, ich höre auf, ich scheiße auf Deutschrap, so nach dem Motto, weil, ist wirklich so, allgemein auch schon, musst du doch überlegen, Animus-Position, wenn du schon da bist, nicht nur Beleidigung, auch wenn man weiß, wie viele rein und raus gegangen sind von EGJ und man weiß auch, dass das da jetzt nicht loyal, also als Außenstehender so, wenn man das betrachtet, dass das jetzt nicht loyal alles da ist, so in dem Label und auch jetzt, äh, allgemein so, ich weiß nicht, wie kannst du da hingehen so, ich selber, ich könnte das niemals und bei Bushido muss man ja denken, wenn ich auch in Bushidos Position jetzt Animus hier hinhole, dann hat das damit nur zu tun wegen Texte schreiben, wegen, manuell, also alle an Ecken so mäßig, ne, so, ja, und dann auch wegen Geld, weil, wenn du einen so hinholst, der jetzt sozusagen gefallen ist und wie man weiß, wir hatten heftigen Beef und jetzt machen wir ein Album zusammen, dann ist das eine, sozusagen, so eine, ja, so eine Aktion, das Geld bringen kann, weil dann alle wieder gucken und denken so, was, heftig und dann, ja, guck, Markt wieder Explosion sozusagen und Animus denkt sich so, ja, okay, ich hole meinen Hack daraus, aber wie viel Hack holst du daraus, trotzdem musst du doch deinen Stolz haben, ja, das ist genau das Ding, denke ich so, denke ich so, ne, denke ich auch persönlich, aber ich kann so Geld spielen, ja, das ist halt nur Geld, natürlich kann ich auf der anderen Seite auch verstehen, ein Animus, der da so eine, so eine Bombe, sage ich jetzt mal, einfach gekriegt hat und so verliegt, alles ist auf Video dokumentiert und die ganze Deutschrap Szene lacht dich quasi aus, sagen wir jetzt mal ganz hart und du gehst einfach weg und sagst dir, okay, ich nehme eine Auszeit und wenn genau in dieser Situation ein Bushido auf dich zukommt und sagt, pass auf, wir machen CCN4 und nehmen alles auseinander, alle, die was gegen uns haben, wir schließen uns zusammen und machen so ein Dings, dann, weißt du, man kann sich schon das Gespräch da ungefähr vorstellen, wie sich, wie das Bushido den Animus so schmackhaft gemacht hat, kann man nachvollziehen, dass sich Animus da denkt, so komme ich am besten aus meinem Loch und ich habe natürlich auch ein bisschen Rache gefühlt und will den Mittelfinger zeigen, dann ist das halt ein gutes Mittel, aber wenn du die gesamte Story auslegst und alles, was passiert ist und warum Animus überhaupt erst in der Couch gelandet ist und alles, dann ist das einfach nur, was zum Teufel passiert da gerade, so weißt du, ne, das ist also, keine Ahnung, also als Aktion Lash of the Week des Grauens und ein Lash-Exempel für die ganze Deutschrap-Szene, auch, dass sie jetzt irgendwie auch viel zu ruhig war, finde ich, dafür, dass es so laut war, als Bushido gefallen ist quasi und alle gesagt haben, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist jetzt im Nachgang bei der neuen Single ist das Wort auf der Seite wieder viel zu ruhig, weil die einfach merken, dass er erfolgreich ist mit dem, was er macht und da will man natürlich nicht dazwischen grätschen und ganz schlimm, was ich auch beobachte, ist jetzt auf einmal, dass das allgemeine Wort jetzt auf einmal ist, dass Animus einer der krassesten Schreiber ist. Du, davor war ja aber Animus der Typ, der in der Couch gelandet ist und jetzt, wo Bushido an seiner Seite ist, ist er wieder der Krasse, deswegen, Bushido ist unfassbar mächtig, der ist so unglaublich mächtig, krasse Sache, also muss man ihm lassen und hat er raffiniert gemacht und es funktioniert und deswegen, ein okay für mich, musikalisch, aber ich kann da inhaltlich überhaupt nicht mitgehen und das CCN4-Album musste auch nicht unter den Titel CCN4 kommen. Nee, musste auf keinen Fall. Echt? Flair rastet voll aus, Alter, dass er Animus für CCN genommen hat. Das ist ja auch ein bisschen beleidigend. Das ist auch eine krasse Sache, ist auch eine krasse Sache, ehrlich, muss man sich überlegen, das ist heftig. Jeder, also, schockiert in dem Motto, warum Animus, Alter, für CCN4, man sieht einfach, alle sind weg von Bushido, komm, nehmen wir mal Animus jetzt aufs Boot und jetzt läuft es wieder mit Geld. Das wird auch laufen, ey, der ist schon zweimal ausverkauft und muss man neu produzieren. Oh Mann, ey, das ist schon krass. Das ist einmal krass. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie die nächste Single wird. Also, ich habe das Gefühl, dass das Album wahrscheinlich ein bisschen härter nach vorne geht und dass welche auf jeden Fall schön angestechelt werden, also angesprochen werden und dass es für mich so ein bisschen vorkommt wie so ein JBG-Dings. Ja, und ob es dann eine richtige Entscheidung war, wird es sich dann in der Zukunft zeigen, weil ich denke mal nicht, dass das dann keine Reaktion hervorruft, wenn die da so ein Album machen und ich weiß nicht, wie sich das ein Bushido und ein Animus gerade erlauben. Ich bin echt gespannt, aber wenn die da alles ansprechen werden und so. Ich hätte alles genommen, was Bushido jetzt macht, außer genau das, weil genau das irgendwie nicht funktioniert und nicht im Einklang mit dem ist, was da im Hintergrund vorher geht. Keine Ahnung. Wäre mal Animus alleine gekommen und hätte Tracks gemacht und dann so welche Sachen gesagt. Wäre anders. Oder nicht mal so, sondern halt, oder ein Track rausgebracht, wo er dann Tacheles rappt oder so, nix, kommt mit Bushido und dann denkt er sich ja zuerst wieder stark. Bisschen Film, Bisschen Film. Sehr filmig, aber wir sehen ja, wie der Film fortgesetzt wird in den nächsten Wochen und ich würde mal sagen, wir können da den Talk einfach unterbrechen. Ronin kriegt von mir ein Okay von dir. Hat er da jetzt allgemein Fresh bekommen von dir? Dings running out fresh. Okay, alles klar, Fresh von Taka, von mir ein Okay. Los geht's und weiter, wir sind Schluss mit diesem Newsblock, Singleblock, sorry. Und jetzt werden wir an der Stelle natürlich, wo wir den besten Newcomer meines Lebens besprechen, beziehungsweise Einsendungen durchgehen. Aber für diese Episode, weil sie ja so lang ausfällt, durch diese Frage Besonderheit im Anschluss auf den Albumblock, habe ich mir gedacht, wir lassen das hier aus und für nächste Woche habe ich mir eine Sache notiert, die wir dann besprechen werden. Aber für die Leute, die es nicht wissen, wir haben den besten Newcomer-Blog für euch. Falls ihr Tracks habt oder generell Künstler seid im sehr kleinen Klickrahmen, habt ihr die Möglichkeit, uns diese Songs zuzuschicken und wir besprechen den Song dann, wenn er auch gut genug ist, inmitten der ganzen anderen Singles und im Anschluss darauf hat die Community die Gelegenheit, diesen Song zu bewerten und ihr die Chance in den Fresher-Lech-Charts zu charten. Ja, zu charten. Also nutzt die Chance und sendet uns einen Song unter bestenewcomer at gmail.com. Ich wiederhole bestenewcomer at gmail.com und dann habt ihr die Chance, hier mit drin zu sein. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach weiter zum Album Mixtapes und die Peace-Blog. Wir haben für diese Episode folgende Releases aufgeschrieben, aber nur folgende, darauf folgende Releases gehört. Also wir haben Morten und Rari Papi mit Gelato Beach, MC Boogie und Belash mit der New Jack EP, MC Belal mit seiner Dunkey EP, Shirin David mit ihrem Super Size und Zilla mit seinem Zilla Instinct 2 Album. Ich habe Morten und Rari Papi nicht gehört und MC Boogie und Belash habe ich auch nicht gehört und MC Belals Dunkey EP auch nicht gehört. Ihr wisst, ich war im Urlaub und ich wollte meinen Urlaub auch vollkommen auskosten und musste dementsprechend auch ein paar Sachen auf den Tisch lassen. Taka, was hast du von den drei Sachen gehört, was du jetzt noch ungefähr ankratzen könntest? Ich habe gehört, Shirin David einmal, Zilla Instinct einmal, und MC Belal einmal und so wie du Morten und MC Boogie leider noch nicht gehört. Dann erzähl mal am besten einfach mal was über das MC Belal EP Projekt und versuch mir das entweder schmackhaft zu machen oder mich davon abzubringen. Was sagst du denn? Neun? Ja, das muss man eh noch mal thematisieren. Hier hatten wir ja im Vorgespräch schon. 19 Tracks, aber danke EP. Erzähl mal, was sagst du zu dem Projekt? Also, erst mal vorweg sage ich schon mal, hat mich das gewundert, dass das eine EP ist, weil ich kenne nur EPs oder ich glaube auch die Bedeutung von EP heißt nur, dass es nur ein paar Tracks sind, so ohne Konzept, ohne etwas und dann halt nur ein paar Tracks halt auf einem Album. Also kann schon Konzept sein, also kann schon Konzept sein, es bezieht sich immer auf die Länge, wie viele Tracks drauf sind. Und das ist so ein Zwischending zwischen Album und Single. Richtig, genau. Und das sind hier 19 Tracks und da hat mich das schon gewundert, wie man das sowas dann EP nennen kann. Deswegen dachte ich mir, ist das denn richtig? Aber okay. Ich würde mal dann sagen, dass wenn man sowas rausbringt, dass man das Mixtape nennt. Ja, mindestens, weil das geht ja auch 43 Minuten und die ganzen Alben, die in letzter Zeit rauskommen, sind sogar kürzer als das hier. Also die sind gerade mal so eine halbe Stunde mit zwölf Tracks. Der hat hier 19 Tracks und 43 Minuten Gesamtlaufzeit. Das ist per Definition keine EP eigentlich. Ja, so und das soll jetzt halt so ein EP, wie er es nennt sein, halt so ein Dankeschön-EP an die Fans und sowas, dass die halt schön ihn immer supporten. Das hat er dadurch jetzt ein paar Tracks in die EP. Ich finde das so komisch, wenn man das EP nennt. So viele Tracks einfach, die er halt auf die Schnelle halt gerappt hat. Er hat selber sogar noch versucht, irgendwelche neuen Konzepte beziehungsweise sich neu kennenzulernen und ein paar Tracks gemacht auf Autotune und sowas. Das merkst du dann, weil sowas kennt man nicht und ein paar andere Themen, nicht nur halt Frauen, jetzt nicht Gangster-Rap oder sowas, aber sowas wie zum Beispiel Track 16, Jackie Chan, Bruce Lee und sowas wie Kopfhoch oder sowas, das sind ja so seine Thematiken. Aber was denn zum Beispiel Shisha-Bar? Hat er da auch so einen Shisha-Track gemacht? Shisha-Bar zum Beispiel war wirklich so ein Shisha-Bar-Track, halt mit Autotune und dann halt in der Hoffnung vielleicht, dass das in der Shisha-Bar läuft oder so. Und sowas kennt man halt von ihm nicht. Und ja, auf die schnell jetzt gesagt, ich habe die EP einmal gehört, da ist halt Mischmasch drin von die Tracks, die man halt von ihm kennt, Liebe, Frauen, du hast Herzschmerz von auf einmal Autotune, Shisha-Bar-Track und Piero Lombardi-Style, sowas, Chica Bonita oder Número Uno, so welche Sachen so halt. Und ich finde es eigentlich am besten bei dem, wenn er, also er hat es eigentlich wirklich, in der Rap-Szene, finde ich, hat er es echt gut drauf, diese Thematiken von Frauen zu sprechen, weil er macht so viele Tracks über Frauen oder über diese Thematiken Schmerz und Herz und sowas, aber kann das noch trotzdem irgendwie anders umschreiben, weil überleg mal, wie viele Tracks der so schreibt. Ja, ist ja, das sind ja fast nur seine Tracks, ja. Ja, und er schafft es trotzdem noch, die ein bisschen anders zu schreiben, wie zum Beispiel, also es ist ja so, dass manche Künstler es nicht mal schaffen, sich zu ver... den nächsten Track, den die rausbringen, es klingt einfach gleich wie der vorige Track sozusagen, weißt du, was ich meine? Ja. Und der schafft es trotzdem noch anders zu machen, aber ich würde empfehlen, dass er diese Autotune-Schiene sein lässt, weil ich fand, das kriegt er nicht gut hin. Okay. so, und um das Album oder die EP, die jetzt so schmackhaft zu machen, also ich muss es dir jetzt nicht empfehlen, so, also es ist nicht empfehlenswert, es ist ein, eine Mischmasch-Sache und ich würde sagen, wer, äh, ihn sowieso auf dem Schirm schon lange hat und seine Liebestracks feiert, wird die rauspicken und diese Autotune-Sachen rauspacken und dann bist du bestimmt bei 10 Tracks oder 11 Tracks eigentlich. Ja, bei einer richtigen EP dann. Ja, richtig, genau. Obwohl, 10, 11 ist ja fast schon Album wieder. Ja, auch Album, aber dann wäre das weniger, als es jetzt ist sozusagen. Ja, Mann. So, und so im Ganzen fand ich das Ding jetzt ganz, ist okay, ist nicht schlecht, ist okay. Okay. Ja, ich werde mal reinhören, der MCB-Leist ja hier Podcast, ey, du hörst das hier vielleicht, ja, deswegen schau das raus an dich. Ich werde mir auf jeden Fall noch nachträglich reinziehen. Und ja, am besten selber Bescheid wissen oder geben, was ich davon so halte. Aber EP per Definition, 19 Tracks, ah, das passt da nicht ganz. Es sei denn, das EP steht bei ihm für irgendwas und das ist nicht dieses EP gemeint, sondern danke, Elias, Paul. Oder weißt du was? Ich weiß, kann ja auch sein. Weiß man nicht, nee. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, dass wir mit deinem Urteil dann einfach ins erste Release reingehen würden, das wir beide gehört haben. Lass mal erst mal mit Zilla und Zilla Instinct 2 anfangen. Zilla. Zilla, der Kiki. Zilla Instinct ist im Übrigen auch mein Lieblings-Zilla-Album. Also das erste, der erste Teil dementsprechend hoch waren eigentlich auch meine Erwartungen an dieses Album. Und mit wie viel Tracks? 17, wa? 17 Tracks? Nee, 16 Songs. 16 Songs. Ist es auf jeden Fall wieder eine runde Scheibe geworden, die eher nach den traditionellen Dingen aufgebaut ist und Features kommen von Masaka, Shadow 030 King, Orgasmus 1. Mehr Satmarashi ist auch am Start und das war's mit der Feature. Gästlis. Taka, du hast dir diese Scheibe wahrscheinlich auch ein-, zweimal reingezogen. Ich hab sie mir. Einmal. Um ehrlich zu sein, einmal reingezogen und auch auf Handy boxen. Ich war im Urlaub, ihr wisst. Das ist eigentlich auch eine Sache, für die ich mich schäme, das jetzt auszusprechen, dass ich es nur auf dem Handy gehört hab. Aber ich hatte halt vor Ort keine andere Möglichkeit, mir das reinzuziehen. Und deswegen kann ich die Produktionsseite vielleicht jetzt nicht so großartig hervorheben, aber muss sagen, dass das wieder mal ein Album war, wo ich richtig Bock hatte, einfach dem Rap-Hit zuzuhören. Weil der ist gefühlt ja auf paar Nummern einfach richtig geil vorgegangen mit den Reimen und so. Also der ballert da geile Reimketten durch. Oder was sagst du zu The Line's Ding 2? Ist so. Also wenn du das schon diese Reimketten ansprichst, dann ist das wirklich so. Der in seinen Textpassagen und wie er seine Reimketten anwendet, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Das ist auch sogar bei Dings sogar stark gewesen. Und da hat er auch gute Punchlights bei den 100-Killer-Bass. Ja. Armageddon, da hat er auch richtig Gas gegeben, fand ich. Ist so. Guter Abschluss zu einem sehr, sehr guten Street-lastigen Album. Es müsste aber, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt The Line's Ding 2 heißen. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt die Verbindung da. Es ist halt ein neues Album von ihm. Aber es ist ein gutes Album. Also ich höre es mir gerne an. Oder ich habe es mir beim ersten Mal gerne angehört. Und ich freue mich schon darauf, dass er zum ersten Mal auf Kopfhörern oder Boxen zu hören. So viel, so viel. Aber ich würde auf jeden Fall schon fresh sagen, weil wir einfach im aktuellen Zeitgeist der deutschen Rap-Szene viel zu wenige Alben haben, wo man einfach auch geilen Rap hört und sich denkt, geile Line, geile Parts, geile Reimpassage oder sonst was. Das gibt einfach viel zu wenig. Deswegen freue ich mich da, dass Silla da zurückkommt, ein neues Album auf die Beine gestellt hat und da definitiv 16 stabile Songs abgeliefert hat. Aber um ehrlich zu sein, so Feature-Guest list hätte ich mir da schon ein bisschen krasser vorgestellt bei einem Silla Instinct 2. Wenn du dir näherst. Was heißt so schwache Feature, aber da waren jetzt nicht so Feature drin, da wo man dachte, oh geil. Also ich hätte mindestens, ich weiß nicht, wie die Verhältnisse da stehen, aber wieder so ein Trio-Ding von Joker und Motrip nochmal erwartet auf dem Album. Weil das ist immer so ein Kombo, immer Beste. Aber so an sich, das Album ist schon gut gemacht. Nur ich weiß nicht, ob das jetzt über die Kopfhörer so war, aber ich fand, dass die Abmischung, sorry, die Abmischung, bei manchen schweckt es sich an, dass es sich angehört hat irgendwie. Kann sein, vielleicht hat er auch in anderen Studios aufgenommen alles und so, ne? Ja. Weil das ist ja auch über lange Zeit entstanden, glaube ich. Weil dieses keine Tränen, der Song ist ja uralt, oder nicht? Der war doch schon voll lange, so ein YouTube-Track, ich muss mal jetzt gerade gucken, Keine Tränen von Silla, das ist bestimmt von 2017, oder? Ich habe gefühlt bestimmt, aber es glaube ich 2018. Dann fühlt man die Zeit anders einfach. Okay, die schreiben hier vor einem Jahr 1,8 Millionen Klicks und Release wurde das Ganze am 2. Dezember 2017. Wow, krass. Ja, und jetzt ist es auf diesem Album, ja. Aber irgendwie, damals, wo ich das das erste Mal gehört, habe ich gedacht, ich so geht, aber als es auf das Album gehörte, fand ich das irgendwie nice. Ne, so gute Abwechslung auch, ne? Ja, fand ich geil. Aber auch krass, wenn du so zurückdenkst, dass das einfach auch so ein Song ist, der fast 2 Millionen Klicks gemacht hat und das auf jeden Fall auch ein Song ist, den er nach seiner Maskulinzeit gemacht hat. also da hat Silla auf jeden Fall immer noch weiterhin Potenzial, große Songs zu machen, die auch große Wellen schlagen. Und Trennung mit seiner Frau, ne? Ah, ja, stimmt. Danach war das sogar noch. Genau, ja. Danach kam dieser Track Trennung seiner Frau. Ja, dann ist es auf jeden Fall, freue ich mich, dass Silla wieder da ist und geile Tracks ballert. Ich gebe dem Album auf jeden Fall einen Fresh. Ich gebe dem Album auch einen Fresh. Ich kann aber leider nicht den freshsten Song hervorheben, weil, wie gesagt, ich habe es nur einmal gehört. Ich mache das gegebenenfalls noch im Anschluss in meiner Insta-Story. Ich habe jetzt eh vorgenommen, vieles, was ich hier in diesen Episoden auch nicht irgendwie genau sagen kann oder so, hole ich dann einfach in meiner Insta-Story nach. die beste Community-Member, die mir folgen, wissen dann mindestens immer Bescheid. Deswegen werde ich das vielleicht dann da nachholen. Ich würde mal sagen, lasst uns einfach zum letzten Album kommen, welches fast das Hauptalbum ist. Und ich glaube, die Diskussion bezüglich der Chartplatzierung nehmen wir dann einfach für nächste Episode. Also gleich auf und bleiben hier wirklich bei dem Album von Shirin David, Supersize. Nach einer gefühlten, nach gefühlt einem Jahr Promo kommt jetzt dieses Supersize-Album. raus mit insgesamt zwölf Songs und Features von Matre Gims und Xavier Naidoo. Zwölf Tracks und davon haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Songs hatten wir vorher schon gehört. Das heißt, wir hatten im Grunde an dem Freitag sechs neue Songs zu entdecken für dieses Album. Und ja, Hip-Hop, Rap, Shirin David, Supersize-Album und zwölf Tracks. Sag mal, Taka, dein erster Eindruck bei diesem Album, war das jetzt ein Ding, was sich zufriedengestellt hat mit den Singles oder gab es da eine Überraschung ins Negative oder Positive mit dem Endprodukt? Oh, Entschuldigung. Auf jeden Fall. Ja, es hat sich eigentlich nichts an meiner Meinung geändert, dass die Erwartungen, die ich hatte, die wurde auch so getroffen, vielleicht sogar ein bisschen schlechter, weil ich hatte das Gefühl, das Album hat sich irgendwie gezogen, obwohl es nicht so viele Tracks hat und ich fand es irgendwie langweilig, weiß nicht. Ich habe auch gemerkt, der Dings Text mäßig, also Ghostwriting sowieso, weiß man ja, wer es auch ist. Ich habe nur den Namen vergessen. Chima Edo und Sera Finale, glaube ich, beide. Genau. Und da merkt man, es sind schon nicht so schlechte Texte geschrieben, aber dieses Rüberkommen von Shirin David und wie sie das macht und so, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das war ein bisschen langweilig. Das ist genau das Wort, das dieses Album zu 100% auch für mich beschreibt. Das Album ist so langweilig. Ja. Die Beats sind einfach langweilig. Und die auch immer am Flüstern. Genau. Also die kann bestimmt nicht gut singen und deswegen muss sie dann leise singen und dann wird das so, verarbeitet und hochgeputscht und so, dass das überhaupt auf dem Beat überhaupt so richtig gut passt, weil wenn die bestimmt laut singen, wird es schief. Das ist auf jeden Fall das Gefühl. Ja, safe. Das ist immer Flüstergesang. Auf jedem Song klingt die gleich. Es ist gefühlt auch irgendwie so, als ob die in der ganzen Findungsphase irgendwie eine Melodie oder irgendeine Tonfolge gefunden haben, die optimal für sie ist und die einfach für alle zwölf Songs angewendet haben, weil jeder Song gefühlt gleich klingt. Die Beats sind voll so simpel, einfach nur so dünn. Und unaufregend und voll weichgespült so alles. Also es ist ein sehr softes Album, ist ja auch, kann sie ruhig machen, so mit Super Size Album mäßig, ein softeres Album. Aber ich fand das mega langweilig. Und vor allem auch, wenn du sechs Singles schon gehört hast, die du im Vorfeld auch noch nicht so krass fandest, wo du Gib ihm als Highlight hattest und der Song auch eigentlich nur so ein okay Song war und merkst dann auf dem Album, Alter, da gibt es gar nichts zu holen. Und dann ist sogar am Abschluss sogar noch ein Cover von Bushido, dieses Gibt es dich, ist doch ein Bushido Track, Gibt es dich, ich komme und dann fickt es mich und bla bla bla. Das ist ein Cover, glaube ich, vom Bushido Track von sieben, diesem sieben Album. Wie auch immer. Also ich fand das Album mega langweilig und entsprechend lang hat sich das auch angeführt, wie du das auch schon gemeint hast. Also 40 Minuten vergingen da wesentlich länger, als es dann am Ende war. Und es ist für mich letzten Endes auch gar kein Hip-Hop-Rap-Album. Das ist ein Pop-Album. Die hat doch nur bei Gib ihm und Ice hat die gerappt. Der Rest ist doch alles, das hätte doch auch von Dings sein können, von Helene Fischer. Letztes Mal, als ich bei Brillis gesagt habe, das ist ein Helene Fischer-Song, gab es da drei, vier Leute in den Kommentaren, die sagen, ich übertreibe. Voll nicht übertrieben. Ist das kein Album, das Helene Fischer auch hätte performen können? Safe. Und besser. Und das ist eigentlich kein Hip-Hop-Album. Nein. Die Beats sind auch... Jetzt ist das einfach, ja. Ja, die Beats sind... Ich habe keine Ahnung, das ist vielleicht maximal R'n'B, aber dann auch weichgespielter R'n'B, der nicht zeitgemäß ist, weil der aktuelle R'n'B ist so nah an Trap-Musik und harter Musik mit harten Bessen und sonst was, dass man das hier eher in die Pop-Richtung rechnet. Und ich sage dir auch was, eine Sache, die mich richtig abfuckt, ist, dass alle Medien jetzt schreiben, dass das eine Rapperin ist. Ist ja alles schön und gut, dass sie mir jetzt Mucke macht und so weiter, aber ey, die hat jetzt auf Gippeam und Eis gerappt und ist nur am Singen. Warum wird sie jetzt als Rap... Weil das ist das Gleiche, was ich auch immer hasse, wenn die deutschen Medien schreiben, dass Chris Brown ein Rapper ist. Ist das jetzt, weil er schwarz ist und urbane Musik macht, ist das dann ein Rapper? Der macht R'n'B-Musik, der singt. Ich verstehe das nicht, warum man das manchmal nicht auch einfach so dabei belassen kann und dann hier so sagt, dass das eine Rapperin ist, obwohl die nur zwei Tracks hat, wo die so ein bisschen gerappt hat und eigentlich auch ihr Weg von YouTube in die Musik ist und sie auch damit dann halt auch entsprechend wahrgenommen werden sollte, finde ich jetzt persönlich. Weil glaub mir, wäre dieses Album in dem gleichen Jahr herausgekommen, wo sie bei DSDS war, dann wird gar kein deutscher Rapper über dieses Album reden. Dann wäre das einfach so, ja, die war DSDS-Jury und hat halt so ein Pop-Album gemacht. Xavier Naidoo ist drauf, so weißt du, machen diese Single, guck dir diese Videos an und so. Das ist alles das, was diese DSDS-Finalisten oder so machen. Das ist dieses Produkt, das ist doch kein Hip-Hop-Rap-Album, so wie es bei Apple Music steht, weil wenn du dann auf die Single gehst von Xavier Naidoo, dann guckst du da bei Kategorie Genre Pop, dann guckst du bei dem Album Supersize Hip-Hop-Rap und dann denke ich mir auch so, will dieses Label jetzt nur Politik machen, damit die am Ende sagen können, ja, das ist die erste Nummer 1 für eine weibliche Rapperin. Ja, das ist diese Politik. Ja, und das ist die Sache, die mich einfach an dem Gesamtpaket einfach abfuckt. Lasst diese Kirche im Dorf und sagt, dass dieses Album kein Rap ist. Nein, Spaß. Soll doch, es ist einfach kein Rap. Also laut meiner Definition ist es keine Rap-Platte, wenn du da zwei Songs hast, wo ein bisschen gerappt wird. Keine Ahnung. Wie gesagt, hätte sie dieses Album im Jahr rausgebracht, wo sie in der DSDS-Jury war, würde keiner jetzt irgendwie darüber rappen oder Rap-Update würde da jetzt auch keine großartige Sache, glaube ich, draus machen, wie sie es aktuell macht, weil gefühlt acht Posts kommen da am Tag über Shirin David. Keine Ahnung. Also ich finde das Album mega-wake. Ja, ich finde es auch lech auf jeden Fall. Spricht mich null an, ist mir zu weich gespürt. Es ist auch für Gesang, ich bin R'n'B-Fan, habe ich schon oft thematisiert. Deswegen hätte ich da noch einen anderen Winkel wählen können beim Bewerten von diesem Album. Aber selbst daran gemessen finde ich einfach, gibt es im R'n'B-Bereich viel, viel Aufregenderes als das. Das ist das Billigste, aller Billigsten, was du abliefern kannst mit dieser Reichweite, um dann Erfolge zu feiern. Deswegen, ne, ich habe da nichts rauszuholen, von mir ist das ein Lech. Lech auch von mir. Okay. Super Size kriegt ein Doppel-Lech im besten Podcast meines Lebens. Ich bin sehr gespannt, wie die beste Community meines Lebens dieses Album bewerten wird. Und mit diesen Worten würde ich sagen, wir gehen mal durch, was wir nächste Woche am Start haben, beziehungsweise gleich besprechen werden, weil wir haben ja jetzt Aufnahme-Marathon mit der nächsten Episode. Wir haben da Audio 88 mit Fleischwolf, Locke Nummer 19 mit 059, Deichkind mit, wer sagt denn das, Mero mit Unikat und Sido mit seinem Ich-und-keine-Maske-Album. Ey, ey, ey. Ich denke mal, Sido ist unser Top-Kandidat in der Liste, oder? Ja, Sido. Und dann haben Mero auf Geinsten. Ich will sogar Deichkind davon nehmen. Nee, aber auch einfach, weil Audio 88 und Locke Nummer 19, das sind halt zwei Kandidaten, die habe ich jetzt nicht so krass, krass auf dem Schirm. Yes. Ich auch nicht. Yes, 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 yo. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt in den Frageblock. Ich merke aber, dass wir zeitlich relativ spät in der Episode sind. Deswegen würde ich nicht alles in dieser Episode besprechen, was ihr in der letzten Sonderepisode so drunter geschrieben habt. Ich habe ja jeden besten Community-Member meines Lebens dazu aufgefordert, fünf Fragen zu stellen, die wir dann hier im Podcast besprechen werden. Einfach, weil wir jetzt bald schon im ersten Jahr vom besten Podcast meines Lebens sind. Also ich glaube, wann ist der erste? Oh, ja, nächsten Dienstag. Nächsten Dienstag hat der beste Podcast meines Lebens Geburtstag und hat offiziell seit einem Jahr Folgen rausgeballert. Denn am 1. Oktober ist die erste Folge, äh, am 1. Oktober 2018 ist die erste Folge rausgekommen. Also feiern wir Geburtstag. Deswegen dachte ich mir, wir können da eine extra Fragerunde machen und wir machen hier mal den ersten Teil. Es sind viele Fragen, deswegen denke ich mal nicht, dass wir alle durchgehen werden, aber wir machen mal erstmal den Start mit Heisenberg21. Fünf Fragen, nicht auf Rap bezogen. Wie groß seid ihr? Taka, wie groß bist du? 1,74, glaube ich. Ja, ich habe jetzt Dings bei, äh, musste letztens mein Perso neu machen. Da hat die 1,80 eingetragen. Ich glaube, ich bin aber ein bisschen kleiner. 1,78, 1,79, so. Also, keine Ahnung, irgendwie sowas. Groß bin ich nicht. Klein aber auch nicht. Wie groß seid ihr? Du bist ja nicht klein. Hä? So klein bist du ja auch nicht, ja. Nee, nee, bin ich nicht. Aber hier, was war eure schlimmste körperliche Verletzung? Ist eine interessante Frage. Boah, bei mir jetzt, was ist körperliche, was war das denn, ey? Warte, ich muss jetzt gut überlegen. Ich kann währenddessen sagen, ich habe mir mit, ich glaube, fünf oder sechs den Arm gebrochen. Ja, das stimmt. Linken Arm und der war so gebrochen, wie in diesen ganzen Videos, die man so teilweise sieht, wo Skater auf die Fresse fliegen, wo dann einfach in der Mitte vom Arm das so abgeknickt ist. Also so, mein Arm. Weißt du doch genau, ne? Ja, da war ich doch dabei. Krass. Jürgen, das war heftig. Das war so, hat man rumgerastelt im Sandkasten. Einer hat einen hochgehoben, obwohl man, der war ja auch viel älter als wir. Wir waren Kinder, die gespielt haben. Da kam ein Älterer zu uns, der mich hochgenommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, hochgenommen hat und fallen gelassen hat. Ich bin auf Arm gelandet, gebrochen. Ja, ab in Krankenhaus. Das war schlimm. Ja, Mann. Sechs Wochen Gips. Ja, Mann. Metre Gips. Metre Gips, Alter. Ja, bei mir, glaube ich, die schlimmste Verletzung, glaube ich, war nur durch Sport. Ne. Ich glaube, ich hatte mal hier einen Bänderriss, als ich klein war, wo wir Dings, wo ich hier versucht habe, Michael Jackson nachzumachen. Diesen Dings-Move auf den Zehenspitzen. Ja, wie alt war ich da? Vielleicht zwei oder drei. Diesen auf Zehenspitzen wollte ich nachmachen und danach, glaube ich, mein linker Fuß ist dann bei dem Move dann so umgeknickt, als ich dann schon auf die Zehenspitzen stand mit den Schuhen, umgeknickt. Ja, und dann konnte ich ein paar Tage oder so nicht gehen, weil ich dann so jung halt war. Und da hatte ich, glaube ich, linke Fuß Bänderriss. Das war, glaube ich, das Schlimmste. Oder beim Basketball halt, wenn du springst und dann umknickst auch. So was. Aber so was gebrochen oder sonstiges, so was hatte ich noch nicht. Aber das müsste die schlimmste Verletzung gewesen sein, wo ich dann so außer Gefecht war für ein paar Tage. Ja, stimmt. Bei mir war auf jeden Fall Arm gebrochen. Sechs Wochen Gips. Zur Einschulung hatte ich einfach Gips. Konnte nicht schreiben, Alter. Film, ne? Übelst. War das nicht dann so, dass du dann durch den Gips dann auf die andere Hand dann gekommen bist, zu schreiben? Genau. Ich bin eigentlich Linkshänder, aber ich schreibe mit rechts. Genau, genau, genau. Zur Einschulung hatte ich halt den rechten Arm frei, habe so schreiben gelernt. Und ich mache, glaube ich, wirklich alles mit Links außer Schreiben. Ich muss mal überlegen. Ja, ich werfe sogar mit Links. Beim Basketball und so, alles Links. Krass, ne? Ja, stimmt. Halber Linkshänder. Aber ich habe, das ist richtig lustig. Ich dachte, ich bin so ein Alien und ich bin der Einzige, der das so hat. Auf einmal bin ich so in der Uni, lerne so die Leute kennen und da gab es einen Typen, der ist genauso. Der schreibt mit rechts, alles andere macht er mit links. Heftig. Also ich bin nicht der Einzige auf diesem Planeten, der so ist. Vielleicht gibt es ja auch einen in der Community, der so ist. Gerne unten in die Kommentare. Verliest du jetzt gleich. Ich auch, ich auch, ich auch. Wir sind alle Aliens. Alles Aliens. Ja, Mann. Was ist zur Zeit euer Lieblingskleidungsstück? Taka, du bist da eh bewappnet. Ich ziehe einfach an, was im Schrank ist. Lieblingskleidungsstück? Ich glaube, Stone Island T-Shirt oder Versace T-Shirt. Ey, er kommt da mit diesem Flexerkram. Ich glaube, bei mir ist es, keine Ahnung. Oder ne, ich habe so eine Ralph-Loreen-Jacke, aber die habe ich bis jetzt nur einmal an. Die ist aber chillig, die gibt es voll selten. Oha. Lieblingskleidungsstück und nur einmal angehabt, oder? Ja, weil die so, weiß ich nicht, wertvoll, aber die ist mein Lieblingsding. Oh, du willst bei mir keine Ahnung. Ich ziehe einfach immer alles an. Ich trage eh nur Basic-Kram und wenn es teuer wird, dann wirklich so ausgewählt, ausgewählt. Aber aktuell habe ich da nichts, was ich sage. Oh, das ziehe ich am liebsten an. Ich sage jetzt einfach, weil ich es öfters im Video anhatte, das Los Pollos Hermanos-Shirt von Breaking Bad, das Logo. Ja, Mann, das ist ja legendär. Ist so. Guckt die andere YouTuber ist die nächste Frage von Heisenberg. Guckt die andere YouTuber? Ja, durch Dings, durch, wenn man Interviews guckt, dann guckt sie, ach YouTuber, hier, wer ist hier, ist das schon ein YouTuber hier? Wie heißt das? Lovelock, Matlock oder wie heißt der nochmal? Leon Lovelock. Matlock, boah, Leon Matlock, Alter. Mark Matlock, heftig. Ist das ein YouTuber oder wie? Ja, ne? Ja. Ja, wenn ich weiß, dass da zum Beispiel besondere Künstler sind und dann will ich gerne wissen, was die da zu erzählen haben, dann gucke ich ihn mir an. Feier ich. No front an der Stelle. Ne, aber wenn nicht so andere YouTuber, ich habe halt sehr, sehr viele Kanäle abonniert, aber die sind zum Großteil halt irgendwelche US-Kanäle und so, weil ich sehr wenig deutschen YouTube gucke, aber einer, der ganz oben bei mir auf der Liste ist, aus dem deutschen Bereich, ist Rap Show, der mit der Maske, der die Reviews macht, äh, die News macht. Sehr, sehr unterhaltsamer Kanal feiere ich auf jeden Fall. Also das ist so meine Nummer eins aktuell in Sachen YouTube Deutschland, glaube ich. Oder? Ja. Ist euch eigentlich klar, dass ihr für viele Leute wöchentlich im Programm seid? Wie fühlt sich das an? Das ist krass, ne? Ja, ist doch chillig, Alter, wenn Leute auf uns warten und unbedingt hören wollen, was sie so, also unbedingt hören wollen, was wir so erzählen, das ist doch chillig. Wenn es dann noch mehr werden, dann noch chilliger. Genau, gestern. Gestern war ich auf Hochzeit und danach war da so einer, der kaut so zu mir, also der kennt mich halt dann, der so, ja, Chris, wie ist das, was geht, bla, bla, bla. Dann sagt er so zu mir, ja, Junge, ich höre die ganze Zeit Rap und so und dann Art, also ein Kollege von ihm, also der geheiratet hat, sagt, erzählt mir die ganze Zeit von Hip-Hop, dies, das, Storys und dies und so, halt erzählt mir, was alles abgeht. Auf einmal, der hat voll viel Ahnung, mehr als ich. Dann sage ich so zu dem Junge, woher hast du das jetzt alles und so, sonst hast du doch Rap gar nicht gehört. Er so, hör dich doch einfach den Podcast an von Chris und Teddy. Dann weißt du schon alles. Beste. Da ist so chillig, Alter, mein Kopf ist so heftig, weil, ich weiß nicht, ob du den kennst, der geheiratet hat, aber. Doch, doch, kenne ich, Ja, genau, und dann fand ich das schon so krass, so, weißt du. Ja, Durch das, dass er uns hört, so, ist er auf einmal voll im Bilde und erzählt jetzt anderen so, nach dem Motto, was abgeht und dann sind die verwundert, woher hast du das auf einmal, ja, wegen Podcast. Natürlich. Sehr geil, ja, auf jeden Fall, hier, Props an, Dings, Arthur. Ja Mann, ist wirklich so, ja, das fühlt sich echt krass an, wenn man so merkt, dass Leute auch auf deine Meinung warten und so, weil zum Beispiel als die Bushido Single auch kam, ich habe Nachrichten bekommen die ganze Zeit so, ey, was sagst du dazu, was sagst du dazu, da dachte ich mir so, die sind halt wirklich interessiert daran, auch einfach unsere Meinung zu hören, deswegen, es fühlt sich auch jetzt schon sehr geil an, wenn man halt so eine kleine Community hat und man sich gegenseitig austauscht und man wirklich jeden Montag was rausschießen kann, wo halt paar tausend Leute zuhören, so, ne, es ist wirklich echt geil. We are blessed. Geil, 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 ich hatte übrigens auch auf der Hochzeit, wo ich war, auch eine Situation, wo einer, ah nee, habe ich dir schon erzählt, du kanntest den sogar, der hat mich angesprochen, meinte auch, ey, ich habe gerade so, bin am Tisch vorbeigegangen und dachte mir, die Stimme kenne ich doch irgendwie, war auch einfach ein Podcast-Hörer auf der Hochzeit, der war so Kellner. Überleg mal. War auf jeden Fall lustig. Ja, Heisenberg war jetzt Kandidat Nummer 1 mit den Fragen, ich überlege gerade, ob wir jetzt schon weitermachen, wir haben jetzt eine Stunde und, ja komm, wir machen nur einen, wir machen nur einen. Einen machen wir noch, einer geht noch, einer geht noch rein, Pause. Harum B, erste Frage, welcher Rapper hat eurer Meinung nach die beste Stimme? Meine Lieblingsstimme war immer 50 Cent und Ice Cube, also wenn ich alle sehe, so alle Rapper, 50 Cent, Ice Cube und Snoop Dogg vielleicht. Ja, Snoop und 50, safe, wenn man alle Rapper nimmt. Das sind so richtig so Stimmen, die man sofort erkennen, wer sie sind und die sind gut. Ja. Dann, der hat, achso, der hat hier einige Beispiele, Tupac, Rick Ross, J. Cole, Drake, Rafka, Morra, Bones MC und Bushido. Also Tupac war auch immer krasse Stimme? Ja, auch krass, ja, auch krass. Dings sogar auch, Biggie Smalls, auch krasse Stimme. Ja, ja, auch sehr krasse Stimme. Aber so, wenn, wenn ich immer an Stimmen denke, denke ich immer in erster Linie an Ice Cube, 50 und Snoop, glaube ich. Ja, ja, Das sind einfach krass, krasse Stimmen. Und Tupac eigentlich auch, ja. Welches Album fällt euch spontan in den Sinn, warte mal, spontan in den Sinn, welches schlecht gealtert ist? Früher war es sehr gut, aber heute unhöherbar. Boah. Boah, das ist eine gute Frage, aber, ne? Sehr gute Frage. Boah, Junge, welches Album hat mich zum Beispiel früher gefeiert? Und wenn ich das jetzt höre, denke ich, boah, was habe ich da gefeiert? Das zum Beispiel von, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dieses Nicki Minaj Album Pink Friday. Das war in dem Jahr, wusste ich das mit Shady Donem, Did It No Nem. Ich habe das rauf-runter gehört in dem Jahr. Wenn ich heute da reingehe, denke ich, Alter, was habe ich da gehört? Ja, bei mir ist es schwer, da müsste ich echt lange überleben, weil ich weiß es jetzt gerade nicht, ey, so auf dich schneller. Vielleicht kommen wir ja in der nächsten Episode drauf, dann kommen wir nochmal zurück auf die Frage, welche Spielkonsole ist eure Lieblingskonsole? Auf drei. Eins, zwei, drei, Playstation. Playstation. Ja, immer Playstation Mensch gewesen. Playstation, geil. Ja, der hat es auch vorgestern oder so ein neues Spiel gekauft. Ja, habe ich gesehen in der Story, was ist das für ein Spiel? es ist so ein, wie heißt es, Median oder weißt du was ich? Das ist so ein Dings, ich feiere ja immer Spiele, die wie Filme sind, wo du einfach quasi was guckst und dann so Knöpfe drücken musst und so, also sowas ist das, wo du so Spuren suchen musst und dies, das, aber um ehrlich zu sein, aktuell ist das noch nicht so prickelnd. Bisschen cringe. Ja. So die Synchronen so. Also ich habe direkt auf Englisch geschaltet, weil Deutsch ging gar nicht, aber auch auf Englisch so die Dialoge und so sind stumpf. Man merkt, da sind so ein paar Schauspieler, die man auch vom Film kennt, so die Gesichter, aber es ist irgendwie Grafik auch voll nicht PS4-Niveau und so, deswegen mal gucken, muss ich nochmal durchspielen, aber das ist im Grunde so ein Horrorfilm, den du spielen musst, aber bis jetzt nicht so gegruselt. Glaubt ihr, dass Massiv wirklich mit Farid und A$AP Rocky einen Song gemacht hat? Massiv hat das letztens in einer Fragerunde auf Insta erzählt, aber irgendwie glaube ich das nicht, da die bis drei, da die drei als Team irgendwie nicht so zusammenpassen. Ja, da zählst du mir was Neues. Also ich hätte da jetzt nicht erwartet, dass Farid A$AP Rocky und Massiv mit einem Song kommen, kann mir da auch nichts vorstellen. Also ich habe das auf jeden Fall mitbekommen, aber ich hatte nur mir gedacht, dass Farid sowieso jetzt die ganze Zeit in Amerika so featuremäßig rumkurscht. Denke ich, dass das so vorstellbar ist, aber nur, dass es mit Massiv dann noch ist, das finde ich dann ein bisschen krass. Ja, also wegen Farid würde ich es einfach glauben, weil er halt so viele einkauft, gerade die ganzen Amis. Deswegen einfach abwarten und Tee trinken. Und zu guter Letzt haben wir, findet ihr es auch merkwürdig, dass Genetik und Sio am gleichen Tag ihre Alben releasen und man von beiden bis jetzt nur das Cover gesehen hat? Bei mir ist es beinahe in Vergessenheit geraten, dass Genetik ja auch noch ein Album rausbringen wird. Also da hast du recht, aber Sio hat ja jetzt schon ein neues Releasedatum, da können wir ja nächste Woche, in der nächsten Folge gleich drüber reden. Aber das mit Genetik macht mir auch aktuell Sorgen, weil es soll ja irgendwie zeitnah irgendwann kommen, aber bis jetzt kam nichts außer das Cover. Finde ich komisch. Komische Promo. Komische Promo. So, wir sind bei Stunde 45 fast. Ich gucke mal gerade die nächsten. Ah, da ist schon eine Frage mit einer Real-Life-Story an dich. Hast du eine parat? Jetzt leider nicht. Okay, ja, da machen wir einfach ab jetzt einen Cut bei den Fragen und machen die restlichen Fragen gleich in der nächsten Episode, die ich voraussichtlich am Mittwoch kriege. also Montag gibt es diese Folge hier, so wie gewohnt und am Mittwoch dann die andere und dann sind wir in der nächsten Woche wieder ganz normal im aktuellen Zeitplan. Also machen wir hier einen Skip und gehen jetzt zu den Playlist-Picks. Aber ihr könnt auch hier unten in den Kommentaren auch Fragen stellen für die nächsten Wochen. Also nutzt auch die Kommentarsektion, auch wenn es nun groß ist, aber vergesst insbesondere auch nicht den Daumen nach oben. Kommen wir erstmal zu den Playlist-Picks für die Leute, die es nicht wussten. Mein Bruder Taka und ich pflegen eine Playlist namens Die Beste Playlist meines Lebens auf Apple Music und Spotify. Diese Playlist erweitern wir jede Woche um zwei weitere Songs, so wie wir es auch in dieser Episode tun. Deshalb schieß mal gleich raus, Taka. Was hast du für diese Woche rausgepickt? Ey. Ey, ich habe rausgepickt. Ey. Ey, es ist Rocky mit dem Track L-S-D. Gab es da einen Grund für oder hast du es in Let's Playlist einfach gehört? Nee, das war, ich hatte beim Scrum bei Apple Music einfach das Album direkt auf den Blick gefällt und dann dachte ich, das war ein Track auf jeden Fall, das ich an dem Album krass gefeiert habe, weil das so außergewöhnlich ist und weiß nicht. Es stichtte mir einfach dann ins Auge und dann habe ich gesagt, komm, nehmen wir mal A$AP, Rocky, L-S-D und wir haben sowieso, glaube ich, gar nicht so A$AP Tracks, also A$AP Tracks so in dem Playlist, dann nehmen wir den mal mit aufs Boot. Ja, Mann, haben sie gut aufs Boot genommen, diese L-S-D. Ja, und Teddy, was hast du denn auf den, was nimmst du denn? Ich nehme mit aufs Boot die Juju mit Coco Chanel, Alter, vom Bling Bling Album. Wir haben da auf jeden Fall nicht so viele Female Artists aus dem Deutschrap Bereich in unserer Playlist gehabt, deswegen dachte ich mir, ich nehme mir einfach mal einen Song aus dem Bling Bling Album raus, gerade auch in der Woche, wo diese andere Shirin David da, nein, Spaß, ich mache nicht diese Fitna, nee, Coco Chanel geiler, doper Track und jetzt auch in der besten Playlist meines Lebens, deshalb folgen, 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 folgen aus Spotify und Apple Music, findet ihr die Links unten in der Beschreibung oder einfach über die Suchfunktion Beste Playlist eingeben und dann habt ihr das Ganze über drei Stunden Musik, glaube ich, inzwischen, deswegen reinziehen, Spaß haben und genießen. Kommen wir zum Outro und hier müssen wir wie immer die Werbetrommel trommeln, deshalb geht hier das Wort raus an die beste Community meines Lebens, erzählt jeden von diesem Format, von diesem ganzen Apparat, das hier bewertet werden kann, was das Zeug hält, diverse Singles und Alben können hier bewertet werden in meiner Insta-Story und vor allem auch gibt es hier ein Wochenprogramm, wo alles, was an Deutschrap rauskommt, alles Relevante insbesondere, hier besprochen wird und im Austausch mit euch dann auch noch in einem Chart-System ausartet. Deshalb folgt mir auf Instagram und auf Facebook und auf Twitter, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung oder einfach at teddyfilms, T-A-D-Y-F-I-L-M-S, folgen und immer dabei sein, den Kanal abonnieren, hier auf Teddy hört, die Glocke aktivieren, damit ihr alles Bescheid wisst, bald kommt auf jeden Fall noch mehr Content als dieser Podcast. Ich bin auf jeden Fall fokussiert und nach dem Urlaub natürlich wieder mit Energie vollgetankt, deswegen wird da wieder Content rausgeschossen, sowie auch auf dem YouTube-Kanal von Fresh O'Lech, dort auch abonnieren, Glocke aktivieren und immer schön den Daumen nach oben drücken und vor allem auch, bitte das Wort an, die beste Community meines Lebens. Ich poste ja jeden einzelne oder jedes einzelne Endergebnis in meiner Insta-Story rein zu Fresh O'Lech. Mir wäre es auf jeden Fall ein Anliegen an euch, wenn ihr auch diese Beiträge immer damit kommentiert, warum ihr wie gewertet habt bei diversen Songs oder Alben. Also es passiert bis heute nicht so. Ich habe, glaube ich, vor zwei Folgen erzählt, was für ein Hustle das ist, das Ganze immer zu posten und so und es wäre einfach auch cool, wenn wir mit jedem Post auch so einen Platzhalter für diese Meinungen haben und einfach uns auch austauschen über die ganzen Songs und nicht einfach willkürlich auf Fresh O'Lech drücken und das Ganze nur in Zahlen ausartet. Also bitte nutzt die Kommentarsektion auch auf Instagram und so wie auch hier auf YouTube. Deswegen war es das, glaube ich, von meinem Teil. Takashi, schieß mal los, wie findet man dich in diesem Internet? Über diesem Internet findet man unter Twitter und Instagram Tokamonia88, Alter, T-U-C-K-E-R M-A-N-I-A-8-8. Einfach folgen, draufdrücken, du wisst Bescheid. Manchmal werden da auch Content, nicht mal manchmal, wird immer mehr. Wenn man Zeit findet, wenn man Zeit hat, wird es mehr. Nein, Mann, mehr Follower, mehr News. Ja, Mann, gute Motto auf jeden Fall und ein gutes Schlusswort für die beste Podcast-Episode Nummer 52. Mein Name ist Teddy. Mein Name ist Takka. Und wir hören uns am Mittwoch, wenn es heißt, die Episode Nummer 53 kommt online. Ich bin raus, Takka ist raus. Haut rein, Freunde. Peace. Peace. Ey. 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 Ey.